Mein Haus. Ja, ich war echt, ich war echt so. Du guckst dir das ganze an und du denkst dir so, meine ganze Existenz ist gerade verbrannt. Ja. Alles was ich aufgebaut habe. Ja, ich war echt traurig. Mein Leben hatte keinen Sinn mehr. Ne, 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 da war kein Glück. Ähm, was läuft denn bei mir? Wieso brennt es? Gott sei Dank bei Beppo brennt es auf. Wieso brennt es hier? Ich muss hier irgendwo einen Stub setzen. Also ich hab die Bank, ich hab die Bank, ich hab die Bank, ich hab die Bank. Wieso hat es gebrannt? Ja Beppo, das hab ich mich auch gefragt, bis dieser Downy Dino kam. Ich hab jetzt schnell gehandelt. Es ist nur mein Haus jetzt komplett weg. Nein, nein. Ne, wieso brennt es hier noch weiter? Das dürfte hier nicht weiter brennen. Wir werden angegriffen, Leute. Wir werden angegriffen, okay? Und wir werden sie jetzt alle vernichten. Ich hab kein Bug, dass meine Bude nochmal abbrennt. Ich, ich hasse dieses Spiel. Wenn die Bude jetzt noch einmal abbrennt, ne, ich lösche den ganzen Scheiß. Und dann ist es vorbei. Das schwöre ich euch auf alles, Leute. Ich mach die Tür auf. Dann können sie raus. Angreifen, Pauls. Meine Pauls machen sie fertig. Guck hier. Das ist noch einer. Noch einer. Super. Jetzt liegt hier alles in Schot und Asche. Was soll die Scheiße? Ich weiß dir. So, muss ich jetzt gucken, wie ich das mache, weil... Bebo, da ist ein Mammut, okay? Ja. Und ich bin schon seit zwei Stunden dabei, dieses Mammut immer ein Stückchen runterzuschießen. Guck, es ist halb. Und ich hab echt Angst, wenn ich ihn jetzt wieder abkloppe, dass er mir den Arsch versohlt. Das kann passieren. Was für einen Ball musst du auf den schmeißen? Den grünen, ne? Den gelben am besten. Ah, ich hab nur grünen. Das ist schlecht. Okay, dann lass ich deinen Arsch in Ruhe. Ähm, genau. Auf jeden Fall, ähm... Also, ich fühle Depressor, ich werde depressiv hier. Scheiße, 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 Scheiße. Kann jemand Leichen wegpacken? Ich glaube, ich mach das jetzt anders. Könnt ihr... Ja, chill, chill, chill. Chill, chill, Schwester. Also, ich hab, ähm... Ich hab die hier, ich hab die hier, ich hab die hier. Ähm... Ich... Was ist denn los? Warum kommst du ständig hierher? So, ich hab noch eine Kiste hier rumliegen. Das größte Problem ist das ganze Holz und Gesteine, was ich hier rumliegen habe. Wir brauchen Holz, Paki. Holz. Wir brauchen Holz. Mama braucht Holz. So. Guck, guck, seht euch mein Stream an. So fühle ich mich auf der Arbeit. Ich hab so viele, so viele Aufgaben. Das, das... Ich bin, ich bin diese Ente auf der Arbeit täglich. Wir drehen gerade echt durch. Guck dir das an. Sie wissen halt nicht, was sie tragen sollen. Sie wissen halt nicht, was sie tragen sollen. Ich fühl... Ich fühl... Ich fühl das halt einfach so komplett. So... dann das ist jetzt wieder gelade bieten ich mache es so ich brauche hier noch ein paar es ist blödsinn ich muss das einfach aufräumen jetzt mal alle grundmaterialien ich mache ich mache ein clip hier raus und dann schicke ich das meinem chef und dann sage ich so fühle ich mich jeden tag auf der arbeit ich frage mich wie lange ich dann nach hause gehen kann danach wird es wieder kommen sehr lange er sieht sich das an und dann sagt er so ernst oder er sagt er ist doch nicht viel die sind hier vorhin im kreis getanzt haben aufgehoben fallen kuckuck komplett überfordert so bin ich jeden tag auf der arbeit weil ich so viele so viele aufgaben habe ich arbeite ja für fünf menschen hast du mich gerade angeknurrt seit wann knurren wir denn ich wusste gar nicht dass du das kannst wer wie geht sie stets ich werde sie sieht meinen hund nicht aber hier ist erst ja mir geht es auch gut meine ganze bude wurde abgefackelt ich bin ein bisschen genervt deswegen und meine figur hier dreht hier ein bisschen durch hier sind ich muss noch alles um lagern die einfachen holzkisten gebaut sich nicht zu viele materialien verschwenden ganze bude wurde abgefackelt voll gesuchtet wie gesuchtet ja aber ich spiele das spiel seit seit wann beppe vorgestern ja 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 ich habe später angefangen als die anderen ja habe ein bisschen später angefangen ich dachte am anfang das spiel wird mich eigentlich voll abfacken ich habe ein bisschen zu viel material ming bocken ming polster unter bs guckt euch das an mann die ich bin hier durch wartet ich muss beppostream kurz anmachen beppostream dreht immer bei mir in der ewigkeit ja das spiel backt halt ein bisschen die backt halt mit momenten brutal die aber naja das hat mich jetzt aufgenommen dass sich das muss ich von lassen das ist etwas zu viel nehmen hier noch was wir können ich sortiere halt hier immer alles wieder dann baue ich meine base ich kann halt einfach nicht leveln weil ich ständig dabei bin meine base zu bauen weil die abfackelt danke für den fall los zum börsen juli schließen wir den namen hier so viele eier die ich wieder hier umlagern muss so habe ich so viele eier gesammelt so herz wird sowieso alles auf stein gebaut ist mir scheißegal wie lange das jetzt dauert ich hab aber hier so ein schiebett gefangen so ein grün gino hast du den auch warte mit so einer blume auf dem kopf ah den habe ich auch ja 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 also er hat mich zwar 100 mal getötet aber weil er war beim lama so gehe auf keinen fall richtung vulkan das sind übergröße gegner ich war vorhin bei level 30 ich bin in mein leben gerannt weil ich bin level 12 bei der lava laufen level 50 gegner level 40 ne 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 put mir da denke ja moin zuerst kommt ramalama ramalama also leute ich sortier das alles tut mir leid wenn euch das jetzt lang weiht aber das spiel hat sehr viel mit ordnung mit looten zu tun und mit ordnung und ich habe das halt gerne wenn alles seine ordnung hat hier ist ein bisschen undicht war alter schätze ich renne einfach durch ist eigentlich irgendwas geplant die nächste zeit von streamers oder ist momentan nichts geplant so machen wir hier mal genau steine brauche ich momentan nichts schade 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 nicht so wirklich keine ahnung die community weißt du zum beispiel ich persönlich bin ja drin aber ich habe jetzt mit so gut wie niemandem halt kontakt dass wir da irgendwie vielleicht was machen dass die leute irgendwie mehr zusammenkontakt haben ich weiß es nicht er halt cool so nein ich habe eine falsche wand gebaut hallo libra hi du hast den ersten dungeon und schön direkt für druck gebaut du gesagt denn dann schon den ersten dann schon jetzt stört der baum hier muss ich baum füllen und ich schon alles falsch ein das ist ein guter platz ist dann war das glatz das easy peasy die sind komplett überfordert mit meinen sachen ich höre das schon so ich höre das so brutal im hintergrund hochwertiges paul öl ich habe keinen kein tier gepault ich habe kein tier tot gemacht ich bin nicht ich bin kein unmensch dein ernst jetzt wie viele tiere hast du schon abgeschlachtet im spiel ich bin kein veganer wahrscheinlich das halbe halbe paul volt abgeschlachtet ich habe ich eine box für das erste nähe hier sind hier sind da hinsetzen wobei hier in die tour kann ich noch die teile drin machen auf jeden fall werden wir nie wieder hören dass wir kein holz haben weil ihr hört meine schätze hier im hintergrund die sind die sind komplett überfordert mit dem holz ja schäfchen guck mich nicht so an ich muss hier alles wieder neu machen das braucht zeit jetzt ich habe auch hier alles sortiert sogar in meinem inventar naja also holz guckt euch das an wie viel holz ich habe ich bin ich bin schon wieder ich bin ich bin ich bin ich bin immer alter wie oft brenne ich einfach in dem spiel wieso habe ich so viel holz wir brauchen mehr holz holz ich bin ich habe einfach 900 wenn wir 30 holz gerade aufgehoben ich und mein holz leck mich doch fett alter das ist immer noch zu viel könnt ihr bitte mal das holz hier wegtragen dankeschön dankeschön so dankeschön immer ihr macht das hoffentlich richtig ja also alt alter falter das kommt hier hin bitte ein bisschen ordnung muss sein alter chill doch mal ein arbeitslager funktioniert nur richtig wenn jeder seine ordnung hat das ist im sinn in einem arbeitslager so habt ihr es gleich also ich weiß ja nicht wo ständig diese sachen hierher kommen aber oh nein ich habe jetzt habe ich mich geirrt mai das arbeitslager funktioniert nicht richtig alter guckt euch da was ist hier los okay komm wir laufen hier zu fünf durch weißt du nicht was abgeht ne aber hier geht irgendwas ab was ich nicht verstehe jetzt bin ich zu schwer wo geht das bei dir auch so ab ja guck was die da machen ich weiß nicht was die da machen bei mir sind sie auch absolut überfordert wo kommt das denn alles her warum lässt der fisch das alles fallen der scheiß das raus ich bin so übertrieben überfordert guck guck der wirft steine auf mich bruder jetzt kommt mein hund weil er glaubt ich würde hier schreien und mich aufregen mama regt sich nicht auf alles ist gut er ist überfordert er macht sich sorgen hier ja dieses geräusch ich kann es halt nicht mehr hören was dieses wenn sie was fallen lassen und es abheben ich glaube mein spiel back ich habe unendliche ich weiß nicht was los ist mann was nehmt ihr denn da auseinander verdammte scheiße ach man jetzt ah die tragen immer nur zwei sachen ne aber guck dir das mal an und ich habe nicht mal ein glitch oder sowas gemacht ne ich habe gar nichts gemacht ich habe gar nichts gemacht jetzt wäre der perfekte zeitpunkt für marcells aber das hat marcell nicht ich habe gar nichts gemacht gar nichts er hat gut gepasst ich habe gar nichts gemacht halt ich werde am liebsten die ganze zeit ich und mein holz laufen lassen halt ne ja die nehmen das halt auseinander und da da lag ultra viel rum da lag so viel rum vorhin da geht mal schlafen bitte die schläft einfach über dem holz ein ich bin immer zu schwer ich werde es hinkriegen irgendwann weil halt weil meine bude abgebrannt ist gesundheit gesundheit ne noch einer normalerweise kommen zwei ich habe es gleich habe es gleich leute solange die schlafen gehen die mir halt nicht auf den sack ne ich will die hälfte noch einmal nicht ok nochmal die hälfte die hälfte ich und mein holz also ich brauche glaube ich nie wieder holz in meinem leben ich habe sehr viel holz ich habe 1700 holz ich und mein holz ich und mein holz ich und mein ich habe zehn zuschauer ich fühle mich echt cool ich fühle mich jetzt richtig famous ähm ah ja können wir eine eine fackel dahin bauen im haus oder fackelt dann die bude ab gute frage äh ne doch du kannst ich versuch's nicht kann ich ja du kannst passiert nicht ich stell euch vor jetzt jetzt steht mein hund mein hund ist so so was ist denn los mein schatz was ist denn los mein schatz schreckt schreckt mal mal zu viel 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 oder musst du raus hm und mein schatz und mein schatz ich schreckt mal ein holz wo ist dahin also der hat der hund ja den sieht man nicht halt der schwarz dann sieht man den nicht mehr okay die press verbaut also ich habe eine primitive bank eine werkbank eine hochwertige bank ich brauche noch eine mittelalterliche bank weil ich glaubte eine höhe schmacks nicht mal so dann habe ich das und dann mache ich noch so ein ofen stelle ich denn hier bevor das ist nicht so gut das unter ein dach zu stellen dann stelle ich okay dann kommen ich hab mein holz ist so scheiße ich würde so gerne musik laufen lassen aber oh nein oh nein mein mein schwein ist depressiv mein schwein ist depressiv oh nein was tust du deine tieren sagst du mal nur an der eine hat eine stressbedingte essstörung was für ein blödsinn muss ja mal jede chance so nein ich höre wieder dass hier jemand durchdreht okay wir bauen den ofen schnell okay also wenn ihr weibs braucht leute kann ich diese marke an herz legen und den diesen geschmack der ist echt gut schmeckt zu winnen nimmt zwei und kosten acht euro glaube ich das geht aber ja man kann sie halt bestellen habe ich gesehen sogar dass die nach hause halt also wie beim essen service so in der art werden die nach hause geliefert wenn man will ich finde mein stoff das geht auch so genau ich muss die pols mal um ändern weil die anderen waren halt alle tot ich möchte ihn wieder haben für diesen tiermann das geräusch ist so laut ich will ihn wieder haben ich will ihn wieder haben ich will meinen hörsch wieder haben die waren halt alle vorhin umgebracht deswegen ja ja das mammut ist rein gerannt und hat meine ganze base ausgelöscht die ganze base bett das ist schlecht so zwei seht hier jemand ich glaube du siehst du bist einfach nur depressiv und überfressen er ist dank der jahren wieder zu suchen dankeschön dankeschön 150 holz du machst das hier wieder dann kann ich fasern herstellen produktion beginnen ich brauche hier ein wasser pokémon bitte sind denn meine wasser pokémon meine wasser pokémon wo kriegt man knochen herbeppel von verschiedenen pols ist eigens einmal meiner pols depressiv und wieder ich weiß jetzt in dem moment wo ich diese glocke hier weg machen weil die mich stört wird angegriffen wo kann man diese glocke eigentlich auch vor die base stellen ja ne ja ich stelle die vor die base dahinter die base muss die ganz 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 schnell fertig bauen ich habe absolut absolut keine lust dass hier jemand angreift und dann klettern wir die spider-man wieder hier rüber was macht er erntet weidet transportiert weidet haben wir auch einer der sieht auch jemand der sieht wir erntet alle nur das war dumm das war einfach nur dumm ich brauche ein paul was seht wo ist ein gusum oder gizmo du wirst gebraucht wurde wo ich auch immer jetzt am knochen rankommen ich glaube der hat das gefunden was paul ist ausgebrütet ein flambelle okay ein flambelle okay 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 jetzt werde ich das reparieren wow ich muss so viel reparieren ständig also wenn ihr das spielt ich rate euch an ein fixi und ein kremes in diese basis da also in diese dinge hier rein zu stellen weil die bringen euch so übertrieben viel loot das ist der absolute wahnsinn dann wisst ihr bescheid so viel zu bauen warte die haben einfach 539 bären hierhin gemacht warum brauchen wir holzkohle ähm die brauchst du um später schießpulver herzustellen ach ok ähm ich brauche hier ein pokémon gehst du bitte dahin machst du feuer dankeschön also ich finde diese base besser als die vorherige aber jetzt baue ich den ganzen scheiß wieder das rennt die gute wieder ab baue ich wieder mein schönes tischchen hier hin mein regal schon wieder mein stuhl ich bin ja alleine ich habe keine freunde typisch typisches leben bei mir ich habe nur marcel und beppo der kopf das reicht auch wo kommt der fels auf einmal her ich bin immer dick am dekorieren wie so eine behinderte dass dann nachher der ganze scheiß abbrennt ähm ja oder dass ich es halt kaputt mache. Aber man kriegt halt auch Punkte durchs Bauen. Ja. Deswegen, dass du öfters ich alles abreiße und immer wieder aufbaue. Aber das hat mich jetzt auch schon wieder über zwei Stunden gekostet, meine ganze Base wieder aufzubauen, die vorhin abgefackelt wurde. So. Ein Bettchen, ein Tischchen. Die sind hier gut am Bauen. Er lootet hier. Er lootet hier. Jeder geht hier schön brav seine Arbeit nach. Denn wir wissen ja. Hm? Wir wissen ja, Arbeit macht Spaß. Hier ist ein gutes Lager und in meinem Lager wird gearbeitet. In Bippos Lager, wenn ihr nicht arbeitet, werdet ihr gegessen. ob das jetzt besser ist? Also ist jeder glücklich? Hat jeder gegessen? Ist jeder einfach nur fancy drauf? Das, Dankeschön, Dankeschön, dass du das gemacht hast. Dankeschön. Packen wir auch ein. Wo habe ich denn Fasern? Äh, ich habe noch nirgends Fasern. Okay, packen wir hier hin. Ach, die gehen einfach alles falsch einpacken. Das geht mir ja gar nicht. Ordnung muss sein. So, weil meine Pauls mich jetzt nerven, die gehen alle in die Buchs wieder. Ich bin so ein krasser Monk, ne? Der Wahnsinn. So. Kommst du mal mit, Foxy? Okay. die sind hier am am rum putzen. Du bist hier dabei. Ihr macht das. Okay, okay. Eigentlich könnte ich ja dann mich jetzt verpieseln. Ich kann nichts mehr bauen, was mich jetzt so... halt doch die hier. Die stelle ich hier hin. So. Die habe ich fast vergessen. Und dann, ähm... hab ich noch... Oh ja, die Fackeln. Okay. Nein. Warum kann ich die jetzt nicht wegmachen? Ach, Mann. Äh... Ich renne in jede Ecke. So. Noch eine hier hin. Entschuldigung. Bist du fertig? Ja. Nehmen wir auch noch mit. So unterwegs. Ein Darcy. Okay. Wir haben noch ein Ei. So. Und dann gehen wir wieder weit. Entschuldigung. Dann gehen wir wieder hier hin. Noch eine Fak... Nee. Die Fackel. So, sehr schön. Haben wir das alles gebaut. Hier hin. Dann machen wir noch eine hier hin, weil ich bin nicht sicher bin, ob ich drinnen meine Bude abfackele. So. Jetzt muss noch einer von Indy bauen. Oder ich baue die einfach rein. So ein Fuss. So. Wie dumm, dass ich die jetzt nicht... Hä? Wie soll man die denn bauen und ich die nicht mal anvisiert bekomme? Nein. Komm wieder. Da. Das geht ja raus. Ja. Dann. Bleib draußen. Jetzt bleibst du draußen, du Blödi. Genau. So. So. Die ist auch fertig. Ich mag die Musik halt nicht, die hier gerade läuft. Ich habe Foxy nur die Tür aufgemacht. Diese Pole ist erschöpft. Keine Müdigkeit vorschätzen hier. Es muss gearbeitet werden. Die haben wir schon. Okay, 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 okay. Der ist auch fertig gebaut. Alles fertig gebaut. Du weißt ja, du musst Fakren alles selber ummachen. Ja. Nee, die ist fies, Mann. Da doch mein Englisch. Also sie sind sehr hübsch, mein Englisch. Ich habe keinen Plan. Aber es ist Tag. Ich mache sie mal alle an. Ich kann halt gar nichts machen, ne? Ich bin ständig dabei, die Bays zu bauen. Es geht mir so auf den Sack. Ich habe nicht. Da pfeifen sich die ganzen Bären rein. Guck dir es an und die habe ich nicht angemacht. Das war Foxy. Okay. Foxy love. Die hier auch noch. So. So, Party People. Also, wir haben Feuer. Wir haben... Wir haben die Bären zu bauen. Okay. Okay. Eine Bäre. Hey, ihr habt echt viele Bären hier. Ich nehme mal die Hälfte mit, wa? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Weil sonst hab ich... Ich hab halt keine mehr, wisst ihr. Ja. Er kommt klar, Mann. Oh nein, jetzt hab ich die ganzen Bären mitgenommen. Entschuldigung. Das war nicht in Ordnung. So, da habt ihr sie wieder. Einfach die ganzen Bären hier geklaut. Ja, hier könnte man halt den ganzen Tag über looten, ne? Was mich stört, dass man keine gefertigten Sachen nehmen kann und umdeplatzieren kann. Ja, das ist so nervig, dass du die Kiste kaputt machen musst, ne? Und dann hängst du da mit der Motherfucking-Kiste, Mann. So dumm. So, ich rufe jetzt lauter Handwerker aus Post by Mesh. Die können dann jetzt alle hier montieren. Ich rufe jetzt keine Handwerker mehr. Und wer kommt was da? Oh, ein E-Foi-Set. Ein E-Foi-Set. Ach, ich kann dekorieren. Ich kann dekorieren. Hm? Ich kann dekorieren, Leute. Ich kann dekorieren. Als wäre das jetzt, wüsste ich, wichtig gewesen, sowas zu bauen, was ja. Ja, ja, ein E-Foi-Set ist wichtig. Weil, ähm, das sieht jetzt, das sieht einfach hübsch aus, dann. Ein E-Foi-Set. Und ich hoffe, ich baue nicht. Ich wollte, äh, echt jetzt? Klärtest du mir hier ins Gesicht? Komm, das macht jemand für euch. Äh, was wollte ich machen? Ein E-Foi-Set? Ich wollte eine Kühlbox machen. Ich brauche eine Eistrüse. Hier, guckt euch das an. Kleines E-Foi. Großes E-Foi. Hm. Ach, Luke, sag mir nicht, dass das nicht hübsch aussieht. Beppo, hast du gesehen? Was? Du kannst E-Foi dahin hängen. Ist mir scheißegal. Laber nicht so ein Unsinn. Guck, wie hübsch das aussieht. Beppo ist das nicht egal. Beppo, Beppo. Beppo redet Unsinn. Beppo findet es auch hübsch. Ich weiß, ihr habt momentan kein Bett. Echt hüüüüüüüübsch. Es geht ja auch ums Dekorieren im Spiel, ne? So, 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 so. Wo ist meine Wolf? Da ist wieder dieses kapte Mammut. Nehme ich mit? Ist hier unterwegs? Ich habe schon so viele von diesen Scheißviechern. Beppe, da ist immer noch halbtot. Wer? Das ist Mammut. Komm. Oh fuck, wie viele Pfeile habe ich? Guck, er macht Breakdance. Also ich finde den Fuchs hier einfach nur mega geil. Den Fuchs, den Wolf. So gut, dass ich den gefangen habe. Zu mehr gutes Freitier. Jetzt musst du hier so stehen. Ich stehe jetzt hier so mit meinem Wolf. Über. Das ist der Grunkmoment, würde ich sagen. Jetzt fehlen nur noch die Flaggen. Das ist jetzt mein Moment mit den Flaggen. Jetzt kommt Deutschland. Okay. Komm her. Es hat halt gepasst. Ich stand da so über, über meinem Volk. Nein, sowas machen wir hier nicht. Über meinen Dienern. Wir sind... Herzlich Willkommen in dem Dürfen-Groß. Ja. Kniet nieder vor eurer Königin. Oh? Halt dein Maul, du Fotzer! Kniet nieder vor eurer Königin. Nee. Königin hat gesprochen. Nee. Was ist denn das denn für ein Fluff-Fluff? Heddy! Bisschen Call of Duty mit dabei. Oh Gott. Oh, die wollen Kremis töten. I have finished my, my virtual house. Schon wieder. Ja, jetzt ist es fertig. Ich habe ja gestern unten gemacht und heute habe ich oben gemacht. Du warst aber 20.000 Mal länger dabei. Ja, die zwei habe ich mir auch Mühe gegeben, weil das sieht richtig geil aus. Ich nehme dich mit, mein kleiner Schatz. Ist es jetzt behindert in Gresh? Nein. Bleibt alles so, wie sie ist. Ein Bettfertisch. Für jeden, der das Spiel kaufen will, macht euch sehr schnell ein Reittier. Weil der kommt 20.000 Mal schneller durch die Welt. Wenn ihr ein Reittier habt. Oh Gott, das war so dumm. Wo ist denn meine Flam-Flamm-Dingen? Äh. Ich weiß schon nicht mal, wohin. Ich war schon überall hier in der Gegend. Ich weiß echt nicht mehr, wo ich hinreiten soll. Das ist Leder. Das ist Leder. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Genau. Gar nichts. Gar nichts. Und wir machen hier voll Rambazamba, Mann. Kriegt man von dem? Bärnsamen. Kommandepresso. Es ist... Lass dein Leben. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Was? Lass dein Leben einfach vorbei sein. Ich habe aber gesehen, es hat jemand eine Armee von Depressos aufgebaut. Und da wurde er angegriffen von einem Mammut. Und die haben das Mammut zerstört. Geil. Mein Spiel hat sich aufgehängt. Und das, Leute. Wir geben so viel Geld für PCs aus, damit das... Ah, ey. Jetzt läuft es. Jetzt läuft es wieder. Geben sie sehr viel Geld aus, für einen teuren PC, damit der PC sich dann aufhängt. Ja gut, wenn sich ein PC aufhängt, muss es nicht unbedingt an der Softshell oder an der Hardware. Wo kriege ich eine Eisdrüse her? Von Eis-Palls. Aber ich habe noch keinen Eispaar gefunden. Da musst du reisen. Und du sollst nicht in der Nacht suchen. Da findest du sie nicht. Nee, nee. Ich bin nur am Umherreiten heute ein bisschen. Um die Welt zu entdecken. Geh nicht nach Westen. Um unterzugehen. Kannst du schwimmen? Ja. Ich bin hier an einem Strand, Beppo. Marcel, wie du streamst du nicht? Ja, keine Lust, oder? Ach, Marcel. Nach Shell. So wie wir. Jeden Tag streamen, weil du kein Leben hast. Wie wir. Ich kann nicht arbeiten momentan dafür. Das tut mir so leid, wie die Schäfchen halt schreien. Das ist Musik in meinen Ohren. Hippo, du bist so ein Sadist. Das ist der Wahnsinn. Musik in meinen Ohren. Wie ein Tier leidet, ist Musik in deinen Ohren. Der ist so verrückt, der Typ, Mann. Sagt grad die, wo Hühner abschlachtet. Ich brauch Fleisch für mein, äh... Aktiviert den Teleporter. Was ist das? Robi. Robi hab ich noch nicht. Wer ist denn Robi? Nein, kein Überfall. Kein Überfall. Ich bin noch nicht fertig. Den hab ich noch nicht. Geh in mein Kölbchen. Oha, oha, oha. Ein neues Porn. Das ist wieder so ein Nashorn. Mammut. Ich brauch Fleisch für meinen Wolf. Wer hat mich da gerade angegriffen? Oder war das mein Wolf? Das sind Menschen. Da ist wieder Mammut. Bären kann man nur nie genug haben. Kann man die Katzen auch essen? Nee, ne? Okay, 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 der reißt jetzt. Okay, wir nehmen jetzt alle Tiefluft. Wir nehmen jetzt alle Tiefluft. Wir setzen uns jetzt gerade hin. Weil mein letztes Shiny hat mein Pokémon abgefahren. Oh, hast du einen Shiny gefunden? Ja, einen Hirsch. Aber mein Wolf hat ihn letztes Mal kaputt gemacht. Einstellen. So. Ich hatte nämlich ein Kremis gefunden. Und der Wolf hat ihn tot genannt. Vielleicht darf ich nicht sterben. Gerade so ein Hirsch wäre halt ultra geil. Boah, der ist ja übelst groß. Ich glaube, er backt. Ich glaube, ich kann da so eine Megasphäre drauf werfen. Ja. Weil dann brauche ich nicht so viele Waffen auf ihn drauf zu ballern. Fangwahrscheinlichkeit 3%. Du läufst nicht weg. Du wirst hier mit mir kämpfen. Meine Waffe ist kaputt. Bruder. Komm down, komm down, komm down. Kimali, langsam. Du wirst sterben. Du bist mir viel zu nah an mir dran, mein Bruder. Ich will dich halt tot machen, ohne dass mein Paul eingreift. Sonst stirbst du. Oh mein Gott. Mehr Glück als Verstand, Leute, hab ich echt. Das ist eine Ball im Boot. Meine Waffe ist halt kaputt. Und ich hab keine Pfeile mehr. Leck mich doch am Arsch. Nein, ich bin tot. Ernsthaft? So ein Hurenkind. Ja, weil er hat die eine Attacke. Und die eine Attacke bürstet dich so weg, ne? Mann, ich hasse diesen Scheiß. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Da läuft die Katze über dich. Ja, die hat mich dann noch dazu gefickt, jetzt. Alter, wo sind meine Sachen? Boah, mega weit weg. Alter, kann ich nicht da hin? Schnellreise. Da hin. Ich könnte... Fuck, Mann. Vielleicht ist er noch da. Ja, manchmal ist er noch da. Ja, Bruder. Hi. Alter, er ist über das Huhn gerangen. Aber hier gibt es noch was. Hier gibt es einen Bus. Ja, hier gibt es einen Bus. Ich fahre noch nicht nach Ostern. Ich fahre heute Mittag in den Vulkandingern da, wo du auch warst. Da ist es nicht schön. Und ich bin da hingegangen und das hat mir nicht gefallen und da bin ich wieder weggegangen. Vielleicht ist er jetzt noch irgendwo da, der Hirsch. Normalerweise nicht. Der Hirsch. Der blöde, verfickte Hirsch. Alter, falter. Alter, es soll einfach nicht sein. Schon mein zweites Shiny. Was mich so... Alter, der erste Shiny wurde halt von meinem Wolf penetriert. Aber übertrieben penetriert. Das war so ein Cremes. Der war nicht mehr Cremes danach. Der ist ein Hirsch, aber der dingelt nicht. Ich habe keine Pfeile mehr. Machst du 600 direkt. Aber Beppo, ich mache ständig. Jetzt muss ich egal wie wieder zurück. Und meine Base. Das heißt, wo ist meine Base? Meine Base ist hier. Und hier ist ein... Ah, hier ist Catress. Stimmt. Hier ist Catress. Rama, Rama. Rama, Rama. Ich gehe da hin. Da komme ich nochmal zurück danach. Ah, du musst nicht laufen. Du kannst auch gehen. And he waddle away. Waddle, waddle. Alter, wie viele Sven hier einverlegen. Aber ich habe ein neues Paul gefangen. Ah, ma, hör doch auf. Hat jemand einen Namen für meinen Wolf? Wolfi. Gertif, Beppo. Nein, 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 Wolfga. Das ist ein Mädchen. Der Chat hat bestimmt eine Idee. Einen süßen Namen für meinen Wolf. Ja, und wenn er jetzt ein Mädchen ist, du weißt nicht, wie er sich innerlich fühlt? Kann sein, dass er das... Denkst du, ich habe ihn falsch gegendert? Kann natürlich sein, dass ich ihn falsch gegendert habe. Kann alles sein. Faschiss ist ein Fuchs. Vielleicht ist es ein Fuchs. Ah, daran habe ich gar nicht gedacht. Jetzt, wo du es sagst. Oh mein Gott, guck, was ist hier ab? Was hier abgeht, Mann. Dankeschön. Hat hier immer noch niemand was... Ah, doch, die haben die fertig gemacht. Oh. Respektus. Oha. Jetzt sehe ich aber sexy, hexy aus. Maximum anfallen, bitte. 685. Komm, go. Lass die Pinguin sie machen. Ah, ich habe keinen Pinguin drin. Warte, es wird gewechselt. Es nervt einfach alles wieder neu aufzubauen. Wem sagst du es? Meine ganze Base ist jetzt auf Steine. Aber meine kommt, sobald ich das freigeschaltet habe. Alle, 600 Pfeile, 600 Pfeile, Leute. Go, 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 go. Warum arbeitet niemand an meinen Pfeilen? Haben wir keine Steine mehr? Das kann doch fast nicht sein. Bitte, wir haben keine Steine mehr. Wie, du hast keine Steine mehr? Ja, deswegen, das kann gar nicht sein. Ich könnte dir Steine ausleihen, ich habe 6000. Ah, jetzt kommen die Deals, hört ihr? Jetzt kommt Beppo hier also unter der Hand. Ich gebe dir Steine, du gibst mir deine Seele. Nein, du musst dann nur für mich hier im Lager arbeiten. Ja, danke. Lass mal. Und ich bezahle mit Steinen. So kommt es mir auch vor auf der Arbeit. Die bezahlen auch mit Steinen. Ich bezahle mit meiner Gesundheit und sie bezahlen mit Steinen. Ich bin mal kurz auf dem Pott. Danke für die Information, Marcel. Nimm das Herz mit. Sehr gerne. Ich wünsche dir sehr viel Freude damit. Ja, wir stecken Gruß mit rein. In die Toilette? Das ist doch doof. Geh jetzt scheißen. Das kann doch gar nicht sein. Ich glaube, jemand hat meine Steine geklaut. Der Presso hat sie genommen. Wollte ich bestimmt umbringen damit. Aber wer hat sie meine Steine genommen? Ohne Witz. Oder sind die jetzt alle draufgegangen? Für die Dinger. Du hast alle Beeren mitgenommen und die habe ich in Steine gegessen. Nein, es ist niemand am Steine abbauen, da. Verbaut nochmal Steine ab. Ich weiß es nicht. Ich habe mehr als genug Steine. Was soll denn dieser Fmutz? Wo werden denn gerade mal eine Pfeile gemacht? Ich möchte, dass mein Bogen bitte repariert wird. Warum Paul, der Steine abbaut? Der Presso macht das doch. Warum macht er das nicht so schnell? Weil er depressiv ist. Braucht noch jemand, der Steine abbaut? Wer baut noch Steine ab? Deine Mutter. Ruscio. Ruscio. Der hier baut Steine ab. Das Schwein. Der ist auch depressiv. Die waren nicht alle depressiv. Wieso hast du nur depressive Puls gefangen? Mir egal. Bausteine ab, Junge. Wie geht's dir? Ja, du siehst genervt aus. Ich bin nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie hier gearbeitet wird. Das muss ich wirklich sagen. Ihr könnt alle froh sein, dass ich noch keinen Paul-Entsafter habe. Weil ich hätte euch alle entsaftet. Ja, bei Beppo wärt ihr alle schon entsaftet worden. Tja. Alles hat seinen Preis. Wir, wir versauen so viel Zeit hier mit euch. Ah. Das ist denen gar nicht bewusst. Der eine hat ohne Scheiß eine stressbedingte... Was ist für Zeit für deinen Entsafter? Ja. Ich brauche noch antikes Bauteil, zwei Stück. Scheiße. Wo ich die auch immer finde. Den Schatztruhen. Hm? Den Schatztruhen findest du die. Ah, scheiße, ja. Ich baue meine Pfeile, weil irgendwie passiert hier nichts. Hier werden keine Pfeile gebaut. Wo kann ich Keks essen nebenbei? Ja. nis schatzt. Natürlich. Ich frage meine Pfeile. Das ist dann dealig, aber weiß ich weg. Das ist alles in Tür. Danke. Danke. Ich liebe große Strategie. Danke. Danke. Ach, die Bugs in dem Spiel. Toll. Weh. Guck einmal, was ich mache. Was mischt er wohl, wenn du? Kannst du mir mal einen Gefallen tun, Kevin? Kannst du einfach nur hier draufklicken? Auf X, dann kann ich aufs Toilette gehen. Und dann machst du weiter Pfeile. Tak schon. Okay. 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 Ah, da ist er! Es ist so kalt. Ist die auch kalt? Mir ist übelst kalt. Mir ist immer kalt hier. Mir ist das gleich schwer, weil ich permanent wäre. Mir ist das gleich schwer, weil ich permanent wäre. Von den Dengern bauen. Schere und die ganze Zeit so... Dankeschön. Warum baut bei mir niemand an den Dingern? Die Dengern machen. Die Dengern machen. Die Dengern machen. Mach selbst. Ist nicht die Ordnung, die ich haben will in meinem kleinen Dörfchen hier. Das ist hier. Okay. Kurz kurz meine Brille. Die Arbeit läuft. So, morgen werde ich normalerweise aber Fortnite spielen, kein Pol. Weil morgen ist Jana da. Ja, Beppo? Du lässt deine Pols im Stich. Ja, aber komm. Mittwoch ist Jana-Tag. Ich weiß aber nicht, wie lange ich morgen durchziehe. Ich nehme an, dass wir in meinen Geburtstag rein streamen. Ich gehe davon aus. Ja. Doch. Computer sagt nein. Hm. Okay. 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 Alter, hat der hier schon 54 Pfeile gemacht. Alter, der eine ist überfressend, der andere verschöpft. Das läuft hier nicht so in meinem Arbeitslager. Du musst viel strenger sein. Wie war man früher streng, indem man ein Exempel statuiert hat? Beppo, was hast denn du für Probleme? Kannst du nicht in Disco tragen? Ja, Karin. Karin. Die fragen alle nach dir. Ich habe heute was gesucht, um mein Mikrofon zu wickeln. Weil ich hatte so von Weihnachten noch was dran. Habe ich in Casa so Efeu Blätter gefunden mit kleinen LED Lichtern dran. Es sieht richtig hübsch aus. Ich, ich ja. Und ich habe Kevins Arbeitskollegen, dessen Kind, ein Buch von Paw Patrol gekauft. Ich dachte, du hast dir im Spielzeug geklaut. Das Kind ist erst seit gestern auf der Welt. Ich glaube, der kann noch nicht lesen. Ich wollte ihm Paw Patrol Teddybären kaufen, aber Kevin wollte nicht. Wieso? Dann musst du ihn fragen. Warum? Nein! Kletter runter vom Wolf. Hört ihr das auf TikTok? Nein. Habt ihr das schon gesehen? Nein? Ich schicke euch das von den Polls. Every day I'm walking. Today is never finished. Ich habe es euch geschickt. Wo hast du es geschickt? Bei TikTok. Today is never finished. I'm gonna be working. Today is never finished. I'm gonna be working. Es stimmt aber, nicht? Ja. Du musst ja da noch etwas dran machen. Hard work. More passion, more footwork, more energy. Wir könnten so viele TikToks machen. Aber den einen fand ich gut so. Days never finished, Master God be working. Hard work, 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 hard work. Alter Beppo, dein Paul ist einfach ausgehungert, schweckverletzt und hat Angst. The Phil Puss is einfach tot. The Phil Puss is einfach tot. The Phil Puss is also tot. The Phil Puss is just dead. The Phil Puss is actually forever mine. Kevin ich glaube, wir haben dich nicht gehört. was immer noch ausgehungert wird im spiel kommen ohne diese wir sollen sich nicht beklorene so muss ich hoffe ich guck doch da was das ist so gut wie traurig er hat sogar Tränen guck ihr Frau in Polen ist mein Gewerkschaft ich werde kein Gewerkschaft ich werde immer kommen ich werde keine Demokratie ich werde keine Demokratie Deutschland genau sie können folgen dass sie hier sie können folgen dass sie hier sie können folgen dass sie hier guck wie glücklich er ist dann streichert er ihn einmal und denkt wir werden guck er weiß sogar er weiß jetzt läuft er weg er ist wieder schwer verletzt läuft verletzt meiner ist depressiv ich habe ein Herz ich schläge ihm fünf Bären rein mach Medizin ähm wieso fehlt hier ein Stück von der Wand hä? ich kann zwei machen wieso ist die Wand hier kaputt gegangen? im Moment Malbo, willst du wieder was? Das ist Candy Factory vielleicht? Gehst du wieder dahin? Morgen. Wir gehen morgen noch hin, ich will zu Kiko Milano. Schon wieder? Und das ist in einem U-Shop. Du warst doch erst vor kurzem. Nee, wir wollten diese Woche dahin gehen, aber wir waren noch nicht. Meine Mom hat mir Kiko Milano bestellt. Aber ich will jetzt einmal dahin gehen. Soll ich dir wieder diese Dinger mitbringen? So, Apache. Ja. Ja. Okay, wir haben einen Überfall, Leute. Überfall. Code Red, Code Red. Meiner hat Magen geschwell, kann ich. Code Red, okay. Okay. Ist an euch, okay. Ihr müsst, ihr müsst verteidigen. Okay. 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 Leute, Leute. Ihr seid gefragt. Code Red. Code Red. Up, up. Go. Oh, das habt ihr richtig gut gemacht. Die hatten ja keine Chance. Wow. Das war's schon. Ich mach gerade. Oh. Alter, die Medizin dauert ja einfach eine Ewigkeit, ne? Habe ich dir gesagt. Ich steh einfach nur hier so. Und ich hab echt im Kopf, ähm, Day is never ending, Master got me working. Und dann steht mein Hund in der Tür. Musst du arbeiten, Schatz? Was ist das? Pack elischt. Er will arbeiten. Pack dat. Gehst du zu Kevin? Hey, du faule Schaf. Komm her. Du musst arbeiten. Pack elischt. Muss er raus, glaubst du? Wo kommst du auch heute zu mir? Ich hätte es ihn sehen. Heute Morgen waren wir ja beim Tierarzt. Er rennt da rein, bespringt die Tierärztin, glücklich wie ein Lebkuchenpferd. Er wurde gekrault, die anderen beiden wurden untersucht, gespritzt und alles. Und er stand da glücklich und hat einen Keks bekommen. Nur wegen seiner Existenz. Ein Kilo mehr. Ich seh ein Kilo mehr hinten auf deiner Hüfte. Wolltest du auch nicht, wenn wir Mother Kats Goren Schwert hatten und Knuff? Oh, Knuff hat so eine Beule am Rücken gehabt. Und ich hab gedacht, dass Knuff blind wird. Und ich hab recht. Ja, und wenn wir Paki und Knuff mitnehmen, äh, Knuff und die Katzen mitnehmen, musst du auch Paki mitnehmen. Ja. Was nimmt da die Bude auseinander? Also sind wir dazu mit den drei Tieren. Sie hat nur gelacht. Und dann hat sie gesagt, dass noch zwei andere oder drei andere Hunde bei ihr wären. Und die sehen aus wie Paki. Und die sind von derselben, ähm, selben Assoziation, die ihn hierher gebracht haben. Mhm. Und die denkt echt, die werden gezüchtet in Malta. Ja. Und dann nehmen sie, nehmen die Luxemburger sie wieder weg. Die ganze Zeit. Bisschen Scheiße. Ja. So lange es ihm gut geht. Dabei ich mir oft vorstelle, die haben die anscheinend, dass die in Milano noch so bekommen. Schei nochmal so froh, ob so wirklich, dass die in Milano kommen könnten. ob es einfach nur einen engen Mischzug gezwungen gibt. Meine Ahnung. Also wenn du einen Hund willst, von Gibber's Voice, gehst du halt dahin, du musst mit ihm reden und er legt dir dann wirklich so einen riesen Katalog dahin und da kannst du durchblättern. Da sind Hunde, 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 Hunde drin. Und wenn du ihm sagst, ja, ich möchte einen kleinen Hund, dann legt er dir Bilder dahin von kleinen Hunden und du kannst dir dann so wirklich einen raussuchen. Dann sagt er, der kommt vor da, das ist gemacht, also wurde er auf der Straße gefunden oder so. Ja, und dann, ähm... Es ist halt, dass du 250 Euro bezahlst für Kastration, Impfungen und Flug. Und er wird, sie kümmern sich ja um ihn die ersten Tage, ne? Ne. Also das geht aber für 250 Euro. Nur, nachdem ich ihn bekommen hab, meinte mein Vater, in den Ländern wie Malta, Rumänien und so, gibt's andere Krankheiten, die wir hier nicht haben. Und dann hab ich ihn auf alles, weil du kriegst irgendwie so eine Hautkrankheit, und da hab ich ihn auf alles untersuchen gelassen und Gott sei Dank ist er kerngesund. Aber der Hund von meiner, meiner Maniküre, der hat jetzt eine Niereninsuffizienz aufgebaut und der ist fast gestorben letzte Woche. Und der kommt aus Rumänien. Ja, ja, die sind halt alle nicht normal. Macht irgendjemand meine Pfeile? Ja, dankeschön. Dieser Paul hat eine stressbedingte Essstörung. Ja, was mach ich jetzt? Ist ja mageristisch. Er frisst zu viel. Er ist depressor, er ist überfressen. Ja, ja. Willst du napses und candyfactory? Ja, Sauerpad. Okay, bringt schon jemand. Juhu. ich muss da noch Sachen kaufen für meinen Geburtstag, für euch alle. Das kriegt ihr in eure Wundertüte rein. Ich meinte schon, am Donnerstag werde ich wahrscheinlich so hardcore eskalieren im Primark. Ah, Kevin, wenn du willst, kannst du mir auch einfach Primark bezahlen am Donnerstag. als Geschenk. Okay. Hey, Kevin, mit Kekado finish. Wie viel ich damit ausgebe. Mit Kevin, mit Kekado finish. Doch, er hat mir von meiner Wishlist ein Mauspad dazu gekauft und ich habe mir noch einen Ring von Pandora bestellt. Ähm, ja. Also ich habe jetzt nicht 1000 Euro in Primark. Ich glaube, das meiste, was ich hatte, war 150. Ich muss halt gucken, weil einen neuen Controller brauche ich mir nicht zu kaufen, weil Alexandra hat mir einen gekauft. Auf den freue ich mich echt. Ja. Und das war mein Bauch. Ich wollte gerade sagen, wer hat Marcel wieder gepupst? Und es war der Bauch von meinem Charakter. Entschuldige, Marcel. Er ist ja noch immer auf dem Klo. Er ist noch da. Entschuldige, Marcel. Aber du bist halt die Pupsmaschine hier. Was? Du bist schuldig, ich spruche. Jetzt wird's lustig. Jetzt kann ich das Ganze in mein nächstes Lager rübernehmen. So, ich habe jetzt Medizin gemacht, die kann ich meinem Elch das jetzt geben, meinen Hirsch. Füttern. Mein Elch. Ha? Indem du ihn fütterst. Er ist wieder gesund. Es geht ihm wieder gut. Geht er wieder arbeiten? Er hat direkt was gebrochen. Und wieder. Ja, genau. Er geht jetzt wieder. Er geht echt jetzt wieder arbeiten. Das war nämlich alles, was ich von ihm wollte. Jetzt kannst du wieder arbeiten. Ich repariere die. Ist es mir warm? Nee. Ich flicke die Pals nicht, sie wird dann einfach ersetzt. Oh, Waffe. Die Pals. Aber wer boll ist das so? Kommst du sofort in deinen Saft an. Das wird billiger, weil Medizin kostet viel zu viel Zeit. Guck, Kevin, hier Medizin macht's. So. Siehst du oben die Mini-Leiste? Ja, so stehe ich hier schon seit. Weil mein, der ist depressiv und ich will dem gerne helfen. Und Pepo macht sofort Speck aus dem. Ja. Ich habe schnell einen Polt gefangen, sogar mehrere, bevor ich den geheult habe. Mhm. Ich würde ihn ja auch freilassen, aber man kann sie ja nicht freilassen. Ja, Bruder, du gehst mir halt echt auf die Nerf. Jetzt habe ich noch 4.000 Steine umzudisponieren. Wie viele Pfeile habe ich denn eigentlich? 455. So, wenn ich zurückkomme, dann, ähm, kümmer ich mich um ihn. So, wo war ich denn vorhin hin? Wo ist der Stau? Da irgendwo an dem Strand. Ich war hier. Ja. 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 Und ich habe noch sechs Kisten zu leeren. Master got me working. Ah, die Presse ganz sicher ein Päuschen, so wie immer. Geh bei ihm, schüttel ihn und dann lässt du ihn wieder arbeiten. Ich fühle diesen Wolf ja komplett. Mein Lieblings Paul. Ja. Marcel spielt auch, Kevin. Deine Sims. Ja. Spielt ihm Coop. Hä? Hm, 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 hm. Wo läuft das jetzt denn hin, das pummelige Schäfchen? Meins. Meine Hand sind auch immer ein mageren Geschwil. Er ist auch so ein Boss. Was sagst du, Kevin? Ja, ich bin schon gerade bestürt. Mir hat nur wenn ich in der Topf gewonnen. Und was, um Gottes Willen redest du? Redest du von deinem Sims? Ja. Hast du sie Kim genannt? Vielleicht deswegen? woher ist sie? Oh, nee. Nee. Ja, sie ist krankgeschrieben. Ist sie krankgeschrieben, dann bin ich es. Ja. Den nächsten nennst du dann Beppo. Oh, ich bin so dumm, ich bin in die falsche Richtung gerannt. Oh, mein Gott. Was denn? Also dieses Mammut, dieses Mammut will von mir genommen werden. Ich sag euch das. Ich hab es. Beppo hat es genommen. Ah, du bist hungrig. Warum sagst du mir, dass du nicht puhe? Ich hab ein Baguette gelegt. Habe ich den halben Stream nur verbracht, um meine Base wieder in Ordnung zu bringen? Ja, was hab ich gemacht, Beppo? Ha? Nachdem die Bude abgefackelt war? Aber zumindest hab ich jetzt eine Fastung auf Stein. Hier springt keiner mehr über die Mauer. Das hat er nicht gesagt. Ja, aber Beppo, auf der anderen Seite von der Mauer gab es so einen schönen Graben. Da kam es eh nie weit. Ja, ja. Es ist Take-Two, realer Leben. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich hab's nicht gemacht. Ich bin immer gut. Du hast schon verboten. Schön. Oh mein Gott. Das ist schön. Ja. Kevin, ein bisschen lachen. Das nächste Wort lachen ist gut. Pippo lacht doch auch. So ein Spiel wäre der aber bist du. Also die Leute die in meinem Stream sind und keinen schwarzen Humor verstehen, die brauchen gar nicht dazu sein. Eigentlich ist es kein schwarzer Humor. Nennen wir es da Tiere. Du musst nur aufpassen, weil bei Charlie Hebdo wird man dann halt während der Arbeit abgeknallt. Oh mein Gott Beppo. Hier ist ein Grinntal. Was ist ein Grinntal? Guck dir den an auf meinem Stream. Oh, der zieh ihn dir an. Ich guck gerade dein Stream. Was für ein Ding. Level 17. Das ist eine Grinse Katze. Oh, wie süß. Fangen sie. Du bist doch stärker als 17. Nein. Ich bin 16. Ah. Ich will mich jetzt nicht mit dem Anleben wieder sterben und 20 Kilometer zurücklaufen. Aber du kriegst ihn ja jetzt auch angezeigt auf der Map. Na. Hier finde ich es toll. Hier ist es grün. Oh, hier ist wieder ein Mammut. Level 30. Wird mir die Katze jetzt angezeigt? Ja. Oh, hier ist auch irgendwie ein Dingens. Mei, 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 mei. Warst du schon mal in diesen Dungeons drin? Ja. Wo ich gefickt wurde. Ah, okay. Ja, dann, ähm. Nö. Warte. 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 Ich wollte heute eigentlich einen Dungeon machen, der direkt bei dem Turm ist. Und du hast aber... Ich muss jetzt mal meine Base mal wieder... Aber ich bin auf dem guten Weg, also die Kissen leeren sich jetzt langsam. Ich habe jetzt einen Fock gesehen und ich habe einfach Fock gelesen. Das ist ein speierter Name. Ich laufe immer hier mehr rein in diese... Oh, ich habe eine Gigasphäre bekommen. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. So. Eine Kiste gelebt. Das ist sehr gut. Oh, dich nehme ich mit. So, genug Pfeilen mitnehmen. Wo sind die Eier? Die Eier könnte ich schon einmal wegwäumen. Eine Eierkiste. Das sind immer die Schäfchen halt, ha? Die Schäfchen sind meine Lieblingsopfer. Schau, unser Schaf. Die werden hier weggesnackt. So bin ich. Hast du die Armbrüche noch nicht freigeschaltet? Nö. Nö, nö. Ich dekoriere lieber Beppo. Das ist das Problem. Nö. Wie Sims. Ich habe es auch schon überlegt, weil vorhin hat Moni auch gesagt, oh Sims. Ich habe Sims heruntergeladen. Ich habe es im PC. Ich auch. Ich habe es letztens runtergeladen. Hallo, es ist gratis. Profitieren soll. Nimm das Mammut auseinander. Nein, Level 30. Bist du mit Sugar? Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Da hofft nur ein, vom Herd zu laufen und dann kommt so ein Shiny. Mach's wieder fiu, fiu, fiu. Und ich mach fiu und dann ist tot. Nein, ich wieder Überfall. Nö, 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 nö. Vielen lieben Dank für den Wait, Woody. Ich bin gerade erst fertig geworden. Wie geht's? Wie steht's? Wie geht's euch allen, Leute? Wow, wie viel Damage macht die Eole? Warte. Hast du Fortnite gespielt? Ja, Fortnite ist bei mir wahrscheinlich morgen dran. Ich glaube, seit Paul World rausgekommen ist, hängen wir fast nur noch da drinnen. Das ist halt geil. Hallo, 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 hallo. Ich hab Hunger. Ich ess mal das. Hattet ihr einen schönen Stream. Das Mammut ist immer noch Level 30. Komm, bleibt drin. Was macht denn eigentlich diese grüne Figuren da? Welche grüne Figuren? Ah. Die Liftungsstatue. Das ist für, dass dein Dings besser wird. Dein Fong- Dein Fong-Bonus. Ach so. War lustig. Ja, ich guck immer so ein bisschen zu, wenn die Leute Fortnite spielen. Sieht auch immer schön lustig aus. Ich könnte hier halt reingehen. Hab ich genug Pfeile? Komm, wir gehen mal in den Dungeon rein. Ja. Komm mit Ausländer, aber fast mit Ausländer. Ja, ich fühl das. Ich fühl das. Ich fühl das. Wir bekommen auch immer ständig auf die Fresse. Boah, warum blockiert das jetzt so brutal bei mir? Der Dungeon. Du musst halt immer kleine Pausen machen. Alter, warum blockiert das jetzt so brutal? Äh, was? Ich bin in einem Dungeon drin und mein, mein... Das ist so, als würde mein Bildschirm lecken. Ja, kleckt auch ein bisschen. Ist das normal? Nein. Es ist egal, welche Richtung du gehst? Es gibt nur einen richtigen Weg. Also, äh, oft sind die anderen Gänge hab'n Schätze. Gute Nacht zusammen. Dir auch gute Nacht. Danke, dass du da warst. Guten Abend. Ich check das hier gerade nicht, warum das so heftig leckt hier. Weil das leckt doch nie. Ich hab' keinen Plan. Bizarre. Also, der Dungeon ist ja mal mehr kompliziert. Nee. Das meinst du nur. Oh nein, wir sind ins Wasser gefahren. Nein! Oh Gott, ich hab' geh... geh... gehangen. Gehangen. Am kann der Dungeon nicht einfällt. Ich geh' da rein. Jolu. Nicht umbringen. Wir haben den noch nicht. Wen? Yeah, wir haben ihn. Was hast du jetzt gemacht? Wurdest du jetzt vergiftet, du Idiot. Ist ja voll hübsch hier. Wie? Bist du der Ober-Babbo-Level hier? Du musst angreifen. Du musst echt angreifen, Boah. Da ist ne Schatzruhe dahinter, ne? Oder was? Ja, da hast du den Boss. Alter, ich bin aus Versehen auf den Dingens raufgekommen. Den Boss. Mach' ihn tot! Jetzt hat er dich tot gemacht. Feuer gegen Feuer hat keinen Sinn. War das jetzt ein Boss? Was hat mir das jetzt gebracht, den Boss? Echt jetzt? War das jetzt alles? Ähm, normal, was hast du? Ein Teleport dafür zurück, wenn du den Platt gemacht hast. Wenn es nicht ist, dann war das noch nicht der Boss. Wo soll der denn sein? Ah, da ist was lilafarbenes. Ist es das? Geh mal da hin. Dungeon verlassen. Ja, dann hast du das Ende erreicht. Wow. War echt schwer. Alter, jetzt ist mein Flumi platt. Reite ich halt auf ihn. Er reitet halt so lang. Oah, übertrieben langsam. Eigentlich will ich ja da hin. So, was haben wir denn noch? Die Kiste ist leer. Die Kiste ist leer. Die Kiste ist leer. Hier ist nur noch eine Sache drin. Die Kiste ist leer. Die Kiste ist sehr richtig. Die Kiste ist nicht leer. Die Kiste ist auch nicht leer. Komm, wir retten den. Ja, gleich habe ich alles eingelagert. Das freut mich. Komm, wir befreien den hier. Oh, die falsche Seite. Jedes Paul wird befreit. Und dann geh in den Entsafter. Na. Bei mir kommt gar kein Paul in den Entsafter. Jo. Weil ich doch gar keinen Entsafter habe. Du wirst sehen, wenn du sobald du einen hast, wirst du alles reinschmeißen, was geht. Und du bist doch gestört. Bei mir werden keine Pauls entsaft. Das sagst du, die nicht mehr zu gebrauchen sind. So fängt es an. Und später heißt es. Ja, wenn er will mich auf die dunkle Seite ziehen. Ja. Er will Pauls töten. Nein, er will Pauls töten. Der Pauls ist komplett gestört. Nein. Ich tue denen Tiere nicht weh. Pepper macht Pudding aus denen. Beppo macht richtig fetten Pudding aus denen. Die kriegen alles das, was ihnen zusteht. Alter, du bist doch, du bist nicht ganz, ganz, ganz koscher. Ja, es wird Zeit für uns zu verlosen. So, ich geh ins Bad. Beppo, es gibt Leute, die dir helfen können. Honeyball. Okay. Bis dann. Bis dann. ich bin halt auch müde ich bin am essen okay aber trotzdem also entschuldigung ja einfach isst ohne was zu sagen was isst du denn wenn ich hatte haferflocken du bist ständig mit deiner haferflocken namen start bebo will picaña oh ja kann ich will ihn auch oh hier ist ein panda bär der heißt mosanda lux mosanda lux guck ihn dir an aber nicht mit mosanda lux mann erst level 31 der macht mich komm du kriegst denn es sieht irgendwie aus wie dieser pädobär weißt du noch denn er sieht echt aus wie der pädobär wie heftig er deshalb nicht von pokémon geklaut dass der der ist halt von pädobär geklaut day is never ending master got me working ich hab das jetzt so im kopf you think that the whole office and bad day is never ending master got me working also muss es noch in dieser tonlage machen sonst ist es nicht cool was ist du denn lass mich teilhaben schöne sachen das lässt mich nicht teilhaben genau maxi king und da schmackst du so krass dass du dich muten muss ich genieße das ding hallo lutscht du das zu tun und er denkt an mich da das stimmt ich lutsche der bodas weiße raus die gräbe ich nehm ich nehm ihn tief in den mund ne erst bei sich einmal ab dann nehm ich tief in den mund und dann lutsche ich das ding aus so soll es sein ja ich kann das ein ticken zu gut glaube ich das kann ich das habe ich hier gar nicht drauf siehst du aber ich kann eins machen oh ich kann den server überhaupt noch nicht bearbeiten wieso weil ich die rechnen nicht hab Tim ist abgehoben ich weiß halt anders ja 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 nicht ja 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 ich will Die Sache ist halt, mein ganzes TikTok ist voll damit. Kim liebt es, Leute arbeiten zu lassen. Dafür ist ihre For You Page schon. Willst du Streit? Bist du echt sicher, dass du gegen mich streit willst? Wer? Ich bumm dir ein und du bist weg. So, ich hab jetzt den richtigen Sound. Als wäre das Geräusch jemals so gewesen. Das tönte ich noch dabei an, oder? Oh, stell dir mal vor, du bist in der 69er Stelle, weißt du? Machst du hier mit... Go, 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 go. Das bei dem Kerl und er freut sich so hart darüber auf einmal. Also einmal ist ja schlimm, Marcel, aber zehnmal? Und der Peil dann nur so. Ja, so typisch Männer halt, ne? Ihr seid so eklig. Nein. Alter, dieser Lurch oder was das hier ist, ist so langsam. Oh, level 22. Hier bin ich nie reingefallen. Guten Tag. Ich geh an ihn vorbei, Sir. Was ist das für ein Dungeon? Dungeon... Dreizehn. Immer einen Entsafter machen, aber... Mir fehlt halt noch ein Stück schon. There is never anything. Wasser wollen gucken. Ich musste heute lachen, als ich im Wachteraum von meiner Physiotherapeutin war. Habe ich was gelesen von den Grünen in Deutschland. Die eine wird ja übelst fertig gemacht, die Fette. Die wird ja übelst fett, die Fette. Ich rüfe uns jetzt sofort noch einen drauf. Na gut, jeder weiß direkt, wer sie ist. Sie wird einfach die Fette genommen. Echt? Ne, das wäre politisch unkorrekt. So wie unser Sportsminister. Der war der Fetteste von allen, weißt du noch? Du meinst den Gesundheitsminister, einen Sportsminister gibt es nicht. Gesundheit, der war einfach... Der war Dr. Lumeo, oder wie hat der gesagt... Der war einfach der Fetteste von allen. Das war mein Nachbar. Aber er war trotzdem der Fetteste von allen. Ja gut, er ist Italiener. Da wird gut gegessen. Ich werde ja meine Eltern haben sich so mal aufgeregt über den. Ich will unseren Kindern, will was mit Gesundheit lernen und sieht selbst aus wie ein dicker Klops. Na gut, unsere neue ist nicht besser. Wer ist die neue? Ah nein, es hat ja schon wieder geändert, weil vorhin war ja die Lydia Muccia Gesundheit mit der Pferdeschnauze, die auch noch nie einen Zahnarzt gesehen hat. Gucken wir, ob es jetzt besser geht. Ja, Lydia Muccia war immer meine Kundin in Asch. Deine Kundin für... Was hast du mit der Frau gemacht, Becker? Nix. Die ist übertastlich. Die ist sehr oft durch die Fußgängerzone in Asch gespaziert. Ja, bei Sophie Botte war ich ja schon zu Hause. Schinker wollte ich immer mal treffen, aber den sieht man nie. Ich muss sagen, den ganzen Kack mit... Wer bei uns, was, wie, wo... Ähm, ich hab keinen Plan davon. Ich weiß, ich müsste mich da wahrscheinlich viel mehr informieren, aber... Wir machen eh nix. Der eine wollte nur seine Homo-Ehe durchkriegen. Ist auch das einzige, was er gemacht hat. Jetzt kriegen wir einen neuen. Dann heißt es, die Leute dürfen nicht mehr betteln in der Stadt, obwohl die einfach gar nix machen, außer nur auf ihrem Arsch da sitzen. Finde ich... Ich finde das eine Frechheit. Weil die Leute tun niemandem was. Also die wenigsten tun nichts. Genau, du gibst den Geld, du gibst ihn kein Geld, ist scheißegal, aber ihn jetzt das Recht wegzunehmen, zu betteln, finde ich halt einfach nur... Finde ich echt doof. Und du sagst mal, Uwe, es zu Böne, wie ich will das nicht allein sind, als Tipp zum Mut. Also, als Frau, man muss es noch nicht schlimm sehen. Es ist überall schlimm, abends als Frau. Ich würde nirgendwo, ehrlich gesagt, in die Stadt gehen. Also, nachts hier irgendwo hingehen. Viel zu gefährlich. Aber es ist schon am helllichten Tag schlimm, also... Ja, schon hängt die von CO2 drinnen. Für unter fixer Stoff. So, ich gehe nach 5 und dann geht endlich mal die Welt entdeckt weiter. Einfach zweieinhalb Stunden Streamer, Beppo. So, so a la Sims. Bin ich hier richtig? Das ist so ein scheiß Ohrwurm. Das ist so. πο漂亮. Ich gehe nach unten. ich habe drei getrunken oha es ist soweit ich kann ein entsafter baum jetzt möchte ich zu bett es wird alles entsaftet was geht entschuldigung entschuldigung mit mehr 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 Boah, erkennt ihr das, wenn ihr 100.000 Bilder auf eurem Handy habt und ihr sucht eins und ihr findet nicht das Richtige. Ich habe halt einfach so, ich habe nämlich mit einem Kumpel so eine Meme-Gruppe und wir schicken uns da immer die dümmsten Memes drin und ich speichere die halt immer. Und jetzt brauche ich ein Meme, ein bestimmtes und jetzt finde ich es nicht. Mhm. 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 Du siehst halt, wie viele Läuterin auf Mute gestellt haben. Jetzt gehe ich wieder meine Bude umdekorieren. Jetzt gehe ich wieder meine Bude umdekorieren. Es geht hier ab. Es geht hier ab in meiner Base. Es ist ja schon wieder depressiv, ja, dann musst du jetzt sterben. Tut mir leid, weil du bist mir ein bisschen zu viel depressiv. Ich bin dabei, all meine guten Sachen auf ihn zu verpolfern. Ich bin dabei, all meine Bude umdekorieren. Und ich bin dabei, all diese Rubine. Und ich bin dabei, all diese Rubine. Kann mich nicht verschieben. Medizin. Ach man, die packen so ein Bullshit hier rein. Okay, Überfall, Leute. Wir haben wieder einen Überfall. Es wird verteidigt. Verteidigt mit eurem Leben. Diese Base. Es macht mir richtig Spaß, der Boss hier zu sein. Merkt man gar nicht. Bin wieder da. Beppo, ich habe einen Überfall. Oh nein. Ich habe einen Überfall. Bereit dich vor. Ich mache die Tür auf. Und dann können meine Pauls angreifen. Go. Go, 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 go. So, ich glaube, ich habe die Kisten jetzt alle geleert. Hier sind zwei Steine drin, keine Ahnung wieso. Ja. Ähm. Hm? Ich muss gucken, weil sie machen mich spät, ob... Ich gehe gerade duge gerade. Du musst mich nicht gucken. Oh, du. Nee, mir nicht, dass mir... Nee, ich mache sie mal einen Zeigen auf, Karima. Erinnerst du noch? Ich war hier eigentlich dahinter. Und da war die ganze Scheiß zu. Weißt du noch, wo wir noch eine Stunde so hin und hier geräumt sind? Oh. Ja. Ich mache sie mal einen Zeigen auf, Karima. Also wieso das ist... Ich vermeuere es dahinter. Weil das einfach... Weißt du, äh... Kiko Milano kannst. Damit du es vergisst. Egal, wie du es mir so gegangen hast. Ich gucke mal, ob der Kiko... Um nennen muss ich den, ob... Na ja, wenn man für 10 Dosen macht. So. Wie viele haben wir so wacke, aber nennen? Oh, ich will. Ja? Okay. So. So, ich gehe Kiko und ich gehe in Candy Factory. Und ich muss noch hin und die Sache kaufen für meinen Geburtstag. Und ich meine... Und dann dein Bröll vielleicht noch. Auf der Kamin neue Bröll. Kannst du einen Tango? Da kannst du auch vielleicht dein Handy machen. Boah. Ja. Jetzt ist mir irgendwo. Ne, ich habe ihn, Herr. Nur siehst du am Anfang. Ja? Ja. 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 Schau mal. Nein, die waren... Geht von mir. Die waren nicht. Die waren nicht. Die waren nicht. Die waren nicht. Das war nur süß. So. So. Ach, der Kamin neue Brille. Merz. Merz. Das ist fett, ja? So. Willst du meine Mom? Ja. Ja. Ah, da. Ja. Meine Mom hat nur schon Internet langgezogen. Ja, komm. Sie stehen zu mir nicht zu lang. Who the fuck are you? Meine Mom hatte immer die Tendenz, nach einiger Zeit hat sie das Internet oder den Strom einfach komplett gekappt. Aber ich war so clever und hab meinen Papa gefragt, wie man den wieder anstellt. Dann hat mein Papa mir das erklärt. Also am Anfang hatten wir viel Loot, wir wussten nicht wo, nee, hatten wir kein Loot, jetzt haben wir viel Loot und wir wissen nicht, wohin damit. So geht's mir gerade. Das hat am Anfang viel zu viel Loot. Na? Mann, das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Ding ins Ziel gebracht. Oh. 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 Hm. Das war's für heute. Das ist immer so ein Schläfchenbetrieb hier. Ah ja, mein Wolf war ja niedergemetzelt worden. Alter, was die dir Loot suchen, der Fixi da, ne? Ja, übertrieben. Habe ich ein Ei? Oh, ich habe wieder ein Ei für ein. Da schlafen die alle so hübsch hier. Gut, so wohl. Finish. Mach ich nicht mehr ein paar Pfeile weiter. Oh. 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 Ich weiß nicht, wo das Problem von meinem Handy ist. Da will die ganze Zeit nicht verbinden mit meinem PC. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Den Entsafter habe ich wieder gebaut und muss ich das hier wieder bauen. Das Mühle und was brauche ich noch? Den Hochofen. Warte, ich muss es nochmal singen. Days never end. Das ist so schlimm, dass ich dieses Scheiße im Kopf habe die ganze Zeit. Komm, der Pinguin macht ja gar nichts. Also das Schwein ist wieder depressiv. Es tut mir leid, aber... Ich glaube, es ist vorbei mit dem Schwein, Beppe. Opferst du es? Ja. Es tut mir leid für das Schwein. Wird's halt. Marcel, ich gehe auf die dunkle Seite über. Oha, warum das? Ich werde mein erstes Paul jetzt entsaften. Ey. Ich brauche nur ein bisschen Erz. Mach einen Clip davon. Aber ich habe... Ich habe es versucht, okay. Ich habe dem Schwein was gegeben gegen seine Depressivität. Aber er wurde wieder depressiv. Also wird's jetzt Zeit... Jetzt wird's Zeit. Jetzt wird's Zeit. Jetzt wird entsaftet. Vielleicht auch mal was zu töten. Ja, ich habe das. Nicht zu spätestens. Schwere es nicht. Ich bin ein Clip davon. Die Jurt für mich. Ich bin ein Clip davon. Egal. 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 sie sind hier in luxemburg dabei gerade so ein streamer treffen zu organisieren und die gehen mir gerade so auf den sack ja aber kommen wir treffen uns da kommen wir treffen uns da also ich war nicht abends nach es ganz knicken so was du kippen als der bebo ist einfach komplett ausgehungert und der steht da zu chillen ich weiß ich muss noch sachen hier vorbereiten wir fehlen ein paar bette auf ihr scheiß ich muss noch bette bauen warum wirft der spaß das hier alles raus sag mal willst du geschlagen werden bist du verwirrt oder was guck die haben richtig schöne allerlin bett dabei beppo ja guck dir diesen penner an blöd man hast das ganze holz rausgeschmissen blöder idiot wie meine arbeitskollegen genauso dumm denke ich mir auch immer du blöder idiot naja aber ich merke schon du hast du warst in der polschule gut aufgepasst er macht hier meine feile wie ein großer das sind acht das was ich muss ja schon noch zwei button aufbauen ja ich sage uns noch mal ein bisschen hm vertraut wenn du wirst du 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 Wobei, das ist okay für mich. Mache ich wieder ziehen. Stimmt, ich muss noch den Kühlschrank montieren. Was macht eine Kuh hier drin? Verpiss dich! Was macht ihr alle hier drin? Verschwendet! Ihr habt hier nichts zu suchen. Dann verräumen die mir hier die Scheiße wieder falsch rein. Es kann sein, dass das Spiel leicht aggressiv macht. Ich bin hier eine Ewigkeit dabei, diese Medizin zu machen. Ich baue noch hier eine Kiste. Ne. Ich baue den Kühlschrank noch hier rein. Oder? Da baue ich den Kühlschrank hier. Uh, Dreimax spielt auch Paul World. Dreimax? Ja. Und eine Person, die gestern noch 36 Zuschauer hatte, ist heute plötzlich auf 136. Der Grunk? Nein, 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 so eine, die ich da folge. Wie süspisch ist, dass da plötzlich 100 Zuschauer dazu gekommen sind. Leute denken noch, wir wären doof, was? Warte, ich will euch hier noch. Oh, ich bitte so. Ich bin gerade so krass in Paki reingelaufen, wir haben uns beide erschreckt. Ja Leute, also ich mache gerade Medizin, es dauert nur so ein Jahr bis es fertig ist. So, dann das nächste. Das Teil muss ich noch bauen. Ein Typ ist nur überfressen, was macht er denn? Was mache ich denn gegenüber fressen? So, gehen wir mal schlafen. Alter Beppo hat einfach eine Steinburg gebaut. Ich bin fertig endlich, jetzt gehe ich mal wieder jagen. Ich mache jetzt einen Endsafter. Das finde ich gut. Wo machen wir denn hin? Da wo sie ihn sehen, damit sie wissen, das Ende naht. Sie sollen Angst und Schrecken empfinden. So, sammeln wir zuerst. Muss der auf dem Boden stehen? Ja. Ja. Kann der nicht auf der Plattform stehen, ey, ne? Nein, was machst du? Wieso ist keine Schäfchen jagen? Wieso ist gefällig, hier den Felsen zu quillen? Aber wenn der Schäfchen jagen will. Aber wenn der Schäfchen jagen will. So, jetzt könnt ihr euer eigenen Untergang bauen. Das ist großartig. Oder? Ich lasse Stone. Nee, ich bin so gut. Die Schäfchen fallen. Das ist nicht so gut. Die Schäfchen. ich will ja jetzt nichts falsch sagen aber die bauen ihren eigenen entzapfer ja die juden haben früher ihr eigenes grab gebaut also an die spielentwickler und und Vielen Dank. Was läuft mit dir denn? Was läuft mit dir? Was läuft mit dir? Hey. Ich habe Monique auch den VIP-Status gegeben. Bei Discord. Damit sie beitreten kann. Okay. Und es fühlen verschiedene Leute sich ja wieder, ne? Wenn man was Falsches sagt. Oh, man kann ja auch Menschen töten, also die, die einem nichts zu antun. Jaja. Ich habe hier jemanden. Was kriegt man denn von denen? Nix. Hm. Ich muss halt schon Bock ihn zu erschießen. Hast du das jetzt gehört Marcel? Hm. Peppa hatte Bock ihn zu erschießen. Hm. Hm. Hangulett hat den Paul in Safter fertig gebaut. Das freut mich. Gehst du rein? Testversuch? Ja. Ist wie ein Spa. Ich glaube, Groang streamt heute nicht. Kann das sein? Ich glaube. Schade. Ja, übertreibe es. Wie soll es ihn nicht umbringen? Ich muss immer so lachen. Und wenn ich mit, mit Johnny telefoniere und Beppo noch streamt, gucke ich mir immer, ähm, Beppo Stream an. Haha. Wenn er da so hin und her rennt. Ähm, Beppo, ein Paul ist hungrig in deinem Team. Ob dir das aufgefallen ist? Ich weiß. Ich habe Gott sei Dank ein paar Bären gesammelt. So. Bleib drin. Ne, du musst drin, 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 sagen, dann bleib der drin. Ne, ich muss noch ein Penguin fangen. Komm her. Was, du traust mich schon zu schießen? Ja. Weißt du, wie ich bin? Weißt du, wie meine Familie ist? Ich habe ne Knarre. Ich schieße dir deinen Kopf weg, Junge. Oh, er ist, er ist richtig krass, dieser Penguin. Beppo, der scheißt so hardcore auf dich. Der ist jetzt drin. Pinguine habe ich jetzt genug. Beppo. Beppo, da wo du gerade bist, ist meine Base. Ah. Autsch. Was? halt die pokémons konnten aber nicht die pokébälle zurückschlagen oder da ist wieder metall sprach mittel erstes hast du mega viel jahr an dieser stelle und meine base rum ist echt viel erz wenn du hoch gehst ist auch noch er ist so praktisch zum erz sammeln links siehst du noch ein erzberg oben ja immer noch mit medizin oha die medizin ist ja ultra krass ich bin level 17 das gut singt jemand der 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 gegessen werden will also gegessen der import werden will ich habe elf punkte was hast du gesagt was sie scheint die armbrust ja doch ich habe die schon freigeschneider fehlen mir noch nägel schalte ich jetzt auch mal frei eine feuerpfeil armbrust weizenfels mühle die nämlich den nämlich weil dann kann ich jetzt auf dem vier reiten und ein kochtopf die nämlich auch so also der überfressen oder der depressive wer kriegt jetzt das medikament keine mensch meine waffeln sind viel zu stark ich spreche direkt jede nummer ich stehe aber auch gar nichts was du machst wenn jemand überfressen ist hier ist erschöpft die stimmung verbessert ich habe keinen plan aber ich habe das schwein doch nicht gemixt wieso weil ich ihn geheilt habe ich habe ihm wieder zehn gegeben ist ist er glücklich wenn er saftet wäre er auch glücklich gewesen sieht man wie der ansaftet wird und da mache ich einfach so ein paar dran und was passiert dann nee du musst schon mehrere mit dem gleichen opferen ich muss pols opfern von derselben sorte das reicht gar nicht ich zwei von vier wie viele muss das denn sein das müssen ja echt viele sein ja willst du den dann stärker machen diesen pol ich wollte nur gucken ob es überhaupt geht aber ich habe nicht genug pols eine armbrust wollte ich mir bauen und eine pols fährenbank und ein kochtopf kühlbox fehlt mir was wer ist denn da außerhalb der base was machst du denn hier machen wir mal ein paar nägel wie nett wie nett du den jetzt da reingeschmissen guck wie glücklich die Kuh ist jetzt gesehen wie glücklich die Kuh ist mozzarina ist das für mozzarelle guck Marcel guck meine pols da ist nur einer überfressen bei bippo knochenbruch erschöpft erkältet ja bippo der schicke halt äh an und nur arbeiten dieser pol hat hunger dieser pol ist krank die arbeit fällt schwer dieser pol ist erschöpft und bringt nichts auf die reihe dieser pol was was sagt der das schäfchen dieser pol ist verlässt das laufen läuft schwer knochenbruch richtig gut habe ich dann was für medizin was kann man für knochenbrüche machen ach ich hab mir mal was medizin für knochenbrüche also bei bippo geht das halt ab wie im konzentrationslager also anders kann es nur nicht sagen guck mal es gibt keine knochenbrüche mehr der pol ist von stress viel jetzt hast du ihn in eine esssucht geschmissen was mache ich für erschöpfung da gibt es auch eins das zweite glaube ich da bist du eine ewigkeit dabei vielseitige schwachen medizin die sowohl bei erkältung als auch bei verstauchung helfen das ist das dritte die spritze erschöpfung ich habe die auch gemacht mache ich zuerst mal die hier ich war die ganze zeit jetzt dabei medizin zu machen ich weiß was das problem ist ich habe das nicht mehr dran gedacht verarschst du mich? das ist das problem? da war sie hey mach mal platz also ich habe keinen platz mehr ich habe noch eine bank da war sie Vielen Dank. Was rannt ihr mir hinterher? Ihr habt doch alles, was bekommen. Essen ist doch hier drin, oder nicht? Ah, ne, es ist kein Essen mehr da. Dann mach ich euch was. Beppo, du hast gesagt, sie würden wenigstens was zu essen bekommen, ne? So, ich hab euch Essen drin gemacht. Gebt mir nicht auf die Nerven. Guck, wie sie alle angerannt kommen. Tja, ohne Fleiß kein Reiß. Sie kommen Kilometer weit gelaufen. Bei Dreamlight Valley hab ich wenigstens so, ähm, Bilder dabei. Da weiß ich immer, welche Kiste welch ist. Hier muss sich jeder aufmachen. Du kannst ja auch Bilder machen. Ja? Ja, dafür gibt's das Schild. Ah, stimmt. Gar keine dumme Idee. Ich bin nur am Nägel machen. Ich glaube, ich hätte die Kuh. Die Kuh ersetzen durch, äh, durch ein Huhn, damit wir mehr Eier haben. Oder mehrere Hühner. Weil, wenn ich mehr Hühner habe, wäre es erkältet, äh, der spritzt da vorne. Hey. Wobei, bei dem muss man echt Angst haben. Ich hab echt Angst, dass Beppo den jetzt frittiert. Ähm, wieso kann ich mich nicht... Ah, ich hab hier da so viel Gewicht an mir. Boah, ich bin heil, nur am Fahr. Hey. Komm her. Komm her. Ich hatte noch, äh, Medizinphysiologisch. Ah. Da muss ich jetzt noch den anderen Spust, äh, heilen. Da stehst du eine Stunde da, Beppo. Aber gibt es keine Möglichkeit, Medizin schneller herzustellen? Gibt es keine spezielle Vorrichtung oder sonst irgendwas? Deko, eh, voll. Nicht wirklich. Da muss ich das Problem nun mal lösen mit dem... Ah, auf, geh weg. Mit dem Huhn. Ich hab hier ein Huhn. Jetzt hast du dieses Huhn. Und ich mache noch ein Huhn rein. Okay. So, produziert mir Tonnen Eier. Ähm. Jetzt verstehe ich, wieso ich keine... Ah, wieso habt ihr das nicht gebaut? Was denn? Äh, ich sehe gerade, die Sammelstelle ist nicht da. Obwohl ich die aber in Auftrag gegeben hatte. Hm, jetzt muss ich zuerst mal wieder alles hier abräumen. Weißt du, Massa, der hat die in Auftrag gegeben. Hm. Ich muss aber zuerst mal schlafen gehen. Oh, ich muss auch ein Ei wieder in die Brutkasten setzen. Hm. Oh, ich muss auch ein Ei wieder in die Brutkasten setzen. Oh, ich muss auch ein Ei wieder in die Brutkasten setzen. Oh, ich muss auch ein Ei wieder in die Brutkasten setzen. Oh, ich muss auch ein Ei wieder in die Brutkasten setzen. Oh, ich muss auch ein Ei wieder in die Brutkasten setzen. Oh, ich muss auch ein Ei wieder in die Brutkasten setzen. Oh, ich muss auch ein Ei wieder in die Brutkasten setzen. Oh, ich muss auch ein Ei wieder in die Brutkasten setzen. Oh, ich muss auch ein Ei wieder in die Brutkasten setzen. naja stimmt ich muss alles in auftrag geben der penguin gibt einen für alles wir müssen das jetzt abbrechen so leute an die arbeit schneller jetzt gut ja hey nicht aufhören weiter arbeiten was heißt ja i poissien na guck er nur zurück die hören dich gut gearbeitet komm her du kleiner spinner du musst eine medizin bekommen komm her jetzt hör mir zu jetzt bleib doch mal stehen ein bisschen was morgen ist was morgen ist mittwoch ja heute ist mittwoch ja er sei doot ihr wisst ganz genau was morgen ist ja deswegen sagen wir es auch nicht er sei doot morgen kriegt die kämpfe sechste mal 29 sonst er sei so doot ich wollte es doch nur hören du hast aber jetzt noch nicht aber morgen man darf nicht früher wünschen naja aber ich habe nur gesagt wisst ihr was morgen ist wer wissen also den nächsten den ich erwische der hat mir das holz und die steine falsch hier rein verräumt der sagt hallo zum entsafte woher weißt du denn wer es ist den ich im raum erwische gut aber das heißt nicht dass der es ist ja dann ist es pechstum gelaufen das kannst du doch nicht machen die müssen disziplin lernen hast du auch schon eine nationalhymne wie ja für deinen arbeitslehrer hast du namen für deine diktatur ja ohne schweiß kein reis ooo auch egal nur mit harter arbeit wird man belohnt ach man und bei mir heißt es dass du weiter leben darfst ich halte mich da ganz was stehst du denn hier vor der tür ich habe ihn schon wieder alles weggefressen ich brauche jetzt noch eine mit euch und dann mache ich auch wieder feiern das ist schon kurz nach 12 ich muss um acht wieder hoch einer muss arbeiten gehen hallo ich habe urlaub du spaß ich bin nicht beppo macht urlaub jetzt machst du das hühnchen hier draußen geh wieder rein arbeit ich weiß noch mein medboy ich weiß dir läuft es hier draußen ganz gemütlich chill sein leben und die anderen arbeiten ja dann machen schicke nacket aus ihm sprache ja sonst wäre schon lange ein schicke nacket ja lauf schlappe lauf komm dann ist er nicht allein im jenseits abonni 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 Na, du Hühnchen? Äh, machst du das mal bitte? Was? Hallo? Hier! Pfeu Pfeu! Der hat keine Lust. Pfeu Pfeu! Pfeu Pfeu! Alter Falter! Doofes Tier! Nein! Da ist er wieder komplett mit Verzweifeln. Schöne Armbrust. Metallbahn. Okay. Dann helfe ich ja mal. Ja! 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 Hm! 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 Ah, du machst das alles falsch, Pinguin! Hm! Hey, lauf die weg! Hey, lauf die weg! Pinguin! 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 Ja! Ja! Pinguin! Ich fahr nach fünf! Okay. Okay. Wie viele Pfeile habe ich? 1.061. Na, drin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Das war's für heute. xy hat sich heute auch wieder gemeldet aber es war mir halt relativ schnell zu dumm fürs gespräch ich bin schon wieder tot hier ist noch ein metall halt da warum schläpp ich nicht so viel holz ich will doch nur eine armbrust machen so ich will doch mal Okay. Jetzt habe ich die Armbrust geklappt. Jo. Die ist mega stark. Die ist stärker aus der Bogen. Okay. Komm, bleib drin. Ein Stück Scheiße, bleib drin. Warte, ich mach aber den Stream aus, weil... Ist eh niemand drin, außer er. So. Auf jeden Fall danke für jeden, der da war. Ich küssere Herz. Schlaft gut. Und dann bis morgen eventuell? Ja. Wahrscheinlich. Bis dann, tschau tschau. Ich hab fast fünf Stunden schon wieder, Mann. Ne, ich will ein bisschen Trimax und so gucken. Ja, nochmal ein Mammut gefangen. Mein zweites Mammut. Hm, mhm. Mhm. HPULIX NIE Was für ein Pokémon hat er denn jetzt gefangen, dass er eine Eisdrüse hat? Den Pinguin. Den Pinguin? Ich dachte, das ist ja Wasser. Ne, das ist ein Eis-Pokémon. Oh mein Gott, wie dumm. Ich suche nämlich ein Eis die ganze Zeit. Wo sind denn die Pinguine? Bei dir in der Gegend. Oh, ich muss den jetzt suchen. Ich glaube, die waren hier irgendwo in der Gegend. Hä? Das ist aber nicht mein. Ich habe aus Versehen den falschen Wolf mitgenommen. Ja. 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 Also, Tri-Max spielt seit 5 Stunden. Ja. Ja. Und er hat schon, ähm, was weiß ich alles freigeschaltet. Wieso bleibst du nicht drin? Wir weg von den Tokotokus, die explodieren. Come on, bleib drin. Jaaa, schön, der ist drin geblieben. Na gut, Leute, wir müssen jetzt tüße machen. Tschüss. Okay, schlaft gut. Ja, ihr auch. Bist du morgen da? Ich bin morgen da, ja. Okay, bis morgen. Alles klar, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Was ist denn die scheiß Pinguine los? Schwandelsanne. Tschüss. 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 Komm auf der Suche nach Pinguinen. Come on, bleibt rein. Bleibt drin. Ja, ich muss nur noch einen Scheiß aufverfangen. Vorhin habe ich tausend Pinguine gefunden unterwegs, jetzt finde ich keinen Einzelnen mehr. Die wissen alle, dass ich auf Pinguine erfülle. Bleib drin. Bleib drin. Ich sagte, du bleibst drin. Ich sage, du bleibst drin. Du bleibst da zehnmal. Geht es? Rühre. Okay. Ich glaube, die Pinguine haben eine Rundmail geschrieben. Ich finde keinen Teil Pinguine. Die haben eine Rundmail gemacht. Ich sag's dir. Zeige dich nicht mehr. Ich finde alles, aber keinen Pinguin. Oh, hier ist einer. Oh, oh, oh. Oh. Oh, ein Schuss und der war tot. Oh mein Gott. Oh Gott, mir hat wohl aussehen, hat mein Bildschirm gefallen. Gott sei Dank, weil es sehr eutel. Wie viele Eistrusen braucht man für dieses Dingens? Hm. Fünf. Ich verstehe. Ich bin mir von uns nicht gefahren. Ich will es gehen. Ich will es gehen. Ja. Das war's. 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 Gefangen Nein, ich wollte das schon umbringen Da komm raus Ich befreie dich, da kannst du meine Abschläge schaffen Mann, ich hoffe, wir sind alles zerschlagen Die Stiefel beim E-Schuss Ja, ich habe gesehen, er hat bei meiner Armbrust Das ist okay Der Armbrust ist mega stark Oh, mein Kissen ist aufgefallen Yeah, Ramin Come on, bleib dran Okay Du hast mir auch immer zu unzufrieden Ah, es geht Uh, schön Ja, jetzt nach Formen ist es halt dumm und dämlich Ja, nach 2 Modellen L stand eine Stucht Vor allem merkst du, dass das gestürbene Blatt Mega krass Weil er nur die ganze Weh laufen muss Hm? Weil er nur um die ganze Weh laufen muss Ja Schmeckt wohl noch kein Bissgebot Also, little bit, weißt du Mhm Das trifft doch, ne? Ja, passiert, ne? Soll ihm eine Besse gehen wie euch? Nein Oh mein, das ist es dann alles falsch Oh mein, das sind верen alles falsch Ah mein, das sind jetzt alles falsch Oh mein, das sind die Eren alles falsch Dann hatte Wey der Sänger Dinge und er ist direkt wieder gematzelt gegangen. So, das soll ihm nicht besser gehen wie er ist, ne? Ja. Ich bin auch, Mist, Leute. Ah, es ist noch bei dieser Karte, wo du bist. Der Prinz-Karte, du. Ich geh mal zu holen. Dann hast du schon eine High-Intercations. Ich kann auch gespürt am Steak-Gold. Prinz gibt's ja einen Übergriff. Ja, aber weder nicht. Ich war nicht Level gut genug. Das geht für den Wilde, aber auch einen Übergriff. Ich verstehe das, ich kann seinen kleinen Azt aus Plot machen. Mann, so ist mega spooky, die Karte. Timmts hin an, die Stimme. Ich hab gerade gesehen. Mann, die Übergriffer sind mega schnell von der Karte. Ihr seid das gar nicht. Cool, ich... Oh, zerlebt er. Nein, nein! Bleib nicht schon bei ihm hängen, unser Schiff. Nein, 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 vergiss es. Das kann nicht. Wow! Mann, los mich mal nur lösen. Du scheiße fucking Karte. Okay, du willst es nicht da nicht. Du kannst mein... ...Pokémon. Ich vermisch das fertig. Du hältst, ob du jetzt jetzt Schäße entfällig gesehen hast, dass du mit Norden bringst. Was ist denn einfach mein Gleichgewicht der Karte? Um です, was an dieser Karte aussieht. Es gibt teilweise alles nicht thirteen whom through the攻 garantiert. Wie fühlt sich die Angleistheir tremend GRE. Es geht echt, d의kei sich. Home Route erster hat. Hey, surd! Zieh euch. Oh, ihr zieh euch, dein Boot. Und chili- legst du so hin und zwar nicht. Was betrifft. Du bist halt einfach nicht. Eines der bigsten Pokémon in der House, ja, Pollen. Einer ist einfach ausgebackst. Die älter Scheiße, die Storms. Und hier ist Stiftzell direkt. Was kann ich denn am Frigo lagern? Äh, Liefensmitteln. Dann holen Sie, Mila. Okay. Natürlich, du hier. Puta. Ich kann jetzt auch nicht ein bisschen nicht stark sehen. Sie müssen nicht direkt zwanzig sehen. Und bei mir ist Nummer 1 komplett über Freas. Fällt mir aber noch, eh scheiß ältsch. Schöne Rimmburg. Warum vom Erz? Ja, die Wübelin auch seien. Ey, wischke, die wird die Böden. Das ist ein Dungeon. Viel Level. Level 13. Oh, das kann man wohl kommen. Viel Level. Level 13. Das ist ein Dungeon. Come on. Okay, den machen wir dann auch insammeln. So, die Dungeons haben sie zwar nicht kreativ gemacht. Die tun aus meinem dritten Dungeon an das Dynamische wie am ehesten abgebaut. Wirklich? Ja. Oh mein Gott, ich bringe permanent deren Anmeldung, wenn ich nicht will. Ja, wenn ich auch. Doch? Hm. Hm. Das nervt mir Stück. Verkleid mein Ding in den Umbrüch. Wie machst du ihn, oder? Nein, ich bin noch. Pro Power. Zwei Stück kann man so nie gefallen. Ja. Heftig. Oh mein Gott, ich finde es hat mit einem Schuss gekillt. Wie dumm. Ich wollte Mottwollern. Ich würde gerne Erfahrungspunkte sammeln, weil du kriegst sehr viele Erfahrungspunkte, wenn du den Polen noch kein Zingmull gefangen willst. Weil ich den Polen noch kein Zingmull gefangen will, weil ich sie nicht oft fange. Weil so levelst du am schnellsten. Ich meine, ich probiere gerade zu fangen und zu entsorgen. Aber ich wusste nicht, dass ich so schnell zerfragte Scheiße. Das ist nicht schlimm. Das ist auch sehr gut. Mottwollern. Mottwollern geht. Mottwollern gibt es heute, Mottwollern. Ich kenne auch keinen Mony selber hier. stelle da guck ich schoss man schon sagen kehl wo ich da fein gewollt ich muss mir weit furcht schaßen scheinke mal wie alles weg geht Nööö, wir warten uns an meinem Brot, greif doch den Pozen. Und... Weißen. Lable 3 hat praktisch gar keine Chance, wenn sie an der Ball stehen. Komm mal an. Ja. Komm, da. Yes. Und den Donche gepackt. Der hat den Hirschkid immer direkt ekelhaft. Schlaues Technik buchen. Das stimmt. Bitte soll man da Stähle holen? Ja, weil da kann Stähle Olgur entsoften und irgendein fatten Hirsch mal. Na? Jo. Scheiße. Loare. Komm, boah, das muss ich Püftergaste machen. Nichts, der Rimmbrütt, schon Rimm. Na, komm mal. Du hast überlieft. Ich hab grad Püftergaste gemacht. Na, 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 na. Yes, du wirst nicht gestören. Ich bleib mal in den Schluss schon drüber, Fried, wenn's ja nicht stirb. Ich bleib mal in den Schluss schon drüber, Fried, wenn's ja nicht stirb. Ich will unbedingt mein Altsch mich stärken machen, also mein Hirsch. Du kannst dann auch über die Stadt mich stärken machen mit der Seele. Ich will es mir schwanken, aber ich hab grad der Gefühl so Hirsch schon. Altschon. Oh mein Gott. Wo, er bleibt da dran. Ne, der fließt mit ihm an den Schuh. Her bleibt da dran. Ne, der fließt mit Fandschhof. bei mir. Komm an, komm an, komm an. Ja, gut. Es war uns schnell drauf geschummt, weißt du? Die ganze Zeit. Der bleibt nicht dran. Oder? Doch, huh? Da war ein Korn voller Alt schon. Pirschen. Oh Mann, das find ich mega Mann. Ja, Level 28. Ich wollte schon drin bringen. Ja, du hast überlebt. Von dem muss ich da noch feuer fanken. Oh, hier ist Remminkirch. Das ist gut. Du hast Milchens mein Schatz gut drin. Wie viel Pols war ich normalerweise? Wir sind safte. Feier, feier, du nur 16. 17. Da helft sich immer. Okay. Pols verstärken. Ja, gut. Auf. Weil bei der Statue kannst du richtig viele Hähnchen. Zum Beispiel mein Schäle hinweht und 21% mehr Aufgriff. Uff, okay. Du kannst nicht viele Hähnchen. Du hast nicht wichtig, die Seelen zu sammeln von Pols. Jetzt schneide ich viel der Seelen. Ich wusste nicht richtig, was ich zu gebrauchen sehe. Aber du musst dir auch passen nicht gehen. Äh, selten herzwerter bei der Seelen. Du hast, äh, drei Sorten von Seelen. Okay. Du hast die Blue, die Move und die Girl. Du Blower permanent. Ja, das ist die E-Stufe. Okay. Oh, der Dutz scheint mal noch neuer Statue aus. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Warte mal rein. Oh, kein Schäfchen. Uuuuh. Scheiße, ich hoffe, gehst du den... Falsch knapp gedrängt. Ich bin aufgesprungen. Ich hoffe, gehst du die falsche Hau zu machen. Gott sei Dank, ich werde überliebt. Du hast schon den Tee gebraucht. Das ist gut. Ey, Depressio. Du wirst ja aggressiv. Komm mal hin. Du bist gefangen. Depressio muss ich auch noch fünf Minuten fangen. Und hier steht direkt. Hier steht doch direkt. Ja, das ist auch direkt gestorben. Ah, hier nicht überlieft. Gott sei Dank. So, noch 2-mal-mistische finken. Oh, da hast du noch einke? 2-mal? Komm, bleib dran. Easy, noch einke hier finken. Das ist gut. Ich werde mich durch einke, aber ich sehe alle gut, denn ich kriege Seelen zu sammeln. Das ist doch schön, wieso heinst du dranbleiben und heinst du nicht? Ich sammle gerade den Fuß da. Ich muss mich weit fortgucken, weil... ...wann ist sie nur, ob sie schießen, ist sie nur. Ja, ich muss auch mal gucken, wie weit ich sind. Nachguck dir nur mal, aber sag's mal, wenn ich da drückt gemacht hab. Oh, heiß die lauter Depressoren. Ja! Nein, da hast du gestorben, Depressoren. Du hältst auch nicht selbst. Ah, du hast den nächsten Turm auch. Nein, 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 den kannst du nicht fehlen. Okay, weil ich nicht, dass ich erst versehen habe, die alle ganz saften. Dann hast du nicht den Ehen, den ich anfangen will. Und da kriegt ihn, die stärkt automatisch oben, oder was? Hier kriegt er die Stärbein. Die Stärbein. Okay. Da stehst du nicht, wie viel ich da brauche. Ja, ich finde sie... Ich finde das schon fertig. Ich habe mich ziemlich wohl gefahren. Dieses Streit. Da stehst du. Da stehst du. Wenn du mit dem Wasser hin und hier schützt. So. Du musst die Stärbein. Oh, fuck. So. 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 Ich habe es gut gespürt, weil ab Stufe 29 kriege ich die richtige Pistole. Mott-Magazin. Ich habe es so gut gemacht, ich habe es komplett vergessen. Spitzhacker und Helm. Ja, Bergbau ist schon auch genug Stengel, also f*** der. Ein fluschiges Bett für tieferen Schlaf und bessere Regeneration. Wo hast du das? Das ist auch leveled russisch, Christi. Mhm. Okay, der Sturmgewehr ist größer Level 36. Ah, es gibt noch eine Stufe über den roten Ball. Es gibt noch die rosa, äh die rosa Ball, die das in Ultras wäre. Mein Gott, ich schaue gerade. Warte, 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 fängst du mit dem? Ganz bestimmt die ganz selten, also die Level 40. Ah, es gibt noch eine äh, es gibt eine legendäre Sphäre. Warte, warte. Level 44 kriegst du den, du wirst sicher so über 100%. Ich kann auch mit Mew und Mewtwo. Ah, du kriegst zwei Sturmgewehre, du kriegst das Echt Sturmgewehr auf 36. Ah, da hat er das ein Einzelschussgewehr und das richtig automatisch Sturmgewehr kriegst du. Genau, heuer ist automatisch. Panzerfaust, du kriegst die Raketenwerfer. Ich hab das schon. Ich hab mich schon, was der Level 50 kriegst. Einfach mal Raketenwerfer stationär für den Basis. Das ist ein Deck von der Artillerie einfach durchstuhren. Alles kündigen. Ja, ah jo, das wollte ich auch freischalten. Ich mein, dass schon Geschütz freigeschaltet wird. Ja, genau, heuer. Stationäre... Ah, nein, das ist stationäre Armbrust. Egal. Das ist aber rastbar, ich bin wirklich für alles nur Metall. Ja, ja, aber wunderschön. Das war das schon nur freigeschaltet und ist schon mega schlimm. Hm. Für Fließbandfutter in Sphären, 100 Metallbräer. Hm, ich kriege ich schon eine ganze Zeit bei mir. Fließband für, äh, Handwerk, 100, äh, Metall. Ich hab ein Bock. Pro Tera Sphären brauche ich 10, äh, also brauche ich 3 Metall. What? Ich muss hier schon etwas machen, dass ich mich schnell Metall aufbauen kann. Ja, wenn sie 3 sind, können wir gerne so haben. So, da gehen wir... Das ist bei mir lebt. Bei mir hast du ihn auch immer überfriert? Ich meine, ich gehe mal klar, weil ich meine Tasche so ziemlich voll. Ja. Und meine Pols werden sicher dick hungern. Ich kann nicht verstehen, dass verschiedene YouTuber einfach schon, äh, beim Spiel durch sind. Durch? Ja, die sind Stu 50 und haben alles freigeschaltet. Und haben dann, äh, schon den Poldeck voll. Wo ist nur das Spaß drum. So, guck ich, Spaß drum. Oh, ah, Jungen, der U2-Heirisch ist gesammelt. What the fuck? Du kannst! Ja, ich muss auch ernähren sich auch nur selber. Ja, ich muss auch ernähren sich auch nur selber. Ja, wir ernähren sich auch nur selber. Ich glaube ich, ich bote das selber. Ich warte, du nicht so viel Woll. Äh, ich muss noch mehr viel Woll. Ich muss noch mehr geschuft, dabei sein. Ah, gut, der wird so viel Alten verschafft. Das ist gut. Aber kein... Kein Geld ist schon mit jetzt hingekümmert. So. Da gucken wir mal. Wir holen genug Leder. Wir steigen, wir steigen. Wir holen Holz. Nachher kommen nicht rein und können nicht. Ich will nur Geschwinde kochen. Ohne Laufen schaffen sich nicht mehr durch Feuer. Nein, der Fall kann auch an die Arme kriegst. Nein, du bist ja nur ein Frühstück. Genau, hier gibt es einen Fall. Und noch einen auch. Mal nachher. Warte, nicht nachher. Oh, ich geh in den Überfall. Natürlich, knapp ziemlich rum und Lera. Ja. Da kommen wir uns ja auch im U-Gefühl. Das ist nervisch geil. Die kommen auch nicht mehr einfach zu am Lera, was. Hm. Ist schon immer gebot, dass der mal alles falsch macht. Anscheinend wird viel Stier auch. Boah, ist schon das Problem nicht mehr hier. Ist schon... Oh, what? Ist das ja keine Sprache mehr? Ah, das ist ein Day. Ich will auch sein. Ich tue, was ich bin zwingend. Was? Ja. Was? Was? Ja. Ja, ich bin da. Ja. 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 Boah das sind schlimme Schuhen schon eh gefangen, aber ich wär froh für die Weiterung Wie gleich schon immer einer leuert So, mal gucken, wie da ja Futterkirch selber abgefüllt Leit mal lauter Holz Na? Ähm, ne, das wollte ich nicht holen Jetzt sind wir mal eher drin Du krieg mal Toll schon für meine Beeren, das du probieren holt Ich mein, ich hab doch Pflege, oder nicht? Ah ne, das hatte ich schon dir an der Tasche gemacht Ich muss den Haar geben, ich geh zu kaufen Wohl gucke, was kann ich da nur Neues machen Obwohl ich kennt eigentlich ein Femmegrund, da kennt ich Medizin und derzeit einfach Lerflöse Weil den anderen das noch immer erschöpft Und das ist gerade hier wo an der Hund buddelt Ich muss schon eine Batze weinen, okay Das hat es aber noch nie Oh mein Gott, das Schwein, also das Schwein ist so oft depressiv Muss ja auch sehr schlau Muss ja auch sehr schlau So schlau Dieser Paul hat Hunger, da geh ihr sie Mein Depressor, den hast permanent überfriert, seit ich schon rum Oh nein 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 Ich muss ein Bett bauen Ich muss eine Befestung aus komplett aus Metall Wow Oh mein Gott, ich kann 3000 Faser machen Ich wollte das nur nehmen Okay Wann helfen, du schläft hier Ob es macht, kommen Wann ich auch nur zwei Rocketten geschützt kann bauen Dann mache ich auch auf alle Ecke von meiner Basis über eine Plattform, wo ich dann geschützt drauf stelle Das geschützt schaufft weit, ob sie schießen kann Ich schnappe jetzt die ganze Zeit auf jetzt gucken ob ihr schnapp, es muss gefleckt gehen. Was auch da geht, dass Hanno von den Metallrüstung passt. Die wohl schlafen. Boah. So machen wir. Du musst sie dreimal herstellen. Weil das geht Metallrüstung nochmal, Metallrüstung für Hütze und Metallrüstung für Kehl. So machen wir das, Papa. Was wollte ich dir die ganze Zeit machen? Ich wollte ein Uhrbauen. Das wäre eine Idee. Kann ich dir mein Barbecue machen? Kann ich Feuer waschen machen? Feuer kannst du da waschen machen, dann brest du nicht mehr. Ja, ich mach da doch nur direkt, weil... Es ist Feuer, also Mann, ne? Wir wissen ja. Es ist nicht Feuer. Es ist ein Pinguin. Es ist ein Pinguin. Ich komme gleich, komm. Mhm. Ich gehe, ich gehe ein Pinguin. Es ist eine Pinguinerin. Vielen Dank. 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 Okay. Ja. Okay. 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 Das ist schon mal eine Die Ehe holen wir Ich will so viel Feier eher Ich will eine Feier eher Ich will eine Feier eher So Ähm Du nur Das heute lebe Heuer und Tier sind gekriegt Stimmt Ich kann ja nur neue Sachen hier stellen Ich möchte nur noch Punkten die ich nutzen muss Ja das weiß ich Aber Ah ich muss Scheißpulver hier stellen Wo kann ich da Scheißpulver machen Ich möchte euch je Ich habe ja nicht Hier Kann ich da Scheißpulver machen Oh Gott Was ich möchte auch nicht make mich zur Strecke So, ich habe jetzt noch ein paar Teile, die ich habe. Das war's für heute. Was ist das Kaffee? Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich brauche noch... ...nach Nil... ...woh... ... 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 Wuuuuh, endlich! Weizenserotfund! Ich kann kaufen, Heu. Das brauchen wir auch nicht zu googeln. Aber wir haben versuchts geblättern. Oh, wow, ich kriege den zwar auch nicht so viel Money dafür, Rubin, dann geht der für eine 400 pro Rubin. Muss ich noch gucken, was ich nicht mehr machen kann. Boah, schalte ich, weil ich brauche nur noch kein Geld. Hanno kann bestimmt nicht schnappst, was du bauen musst und da brauchst du Rubin. Ja, ich gesehen, doch, schau, komm mal. Oha, sie gehen mit Karts, Lomond, Level 10, Level 4,0. Hm, hier, mit ihr. Na, sie sind da lang, sie sind zu drei. Ah, sie, oh, was sind da, wie passieren. Ich meine, da lang sind sie, bis sie verloren. Das ist so, wie kann ich die Rastold formen. Ich mache mir lang, wenn ich ein schweres Axt mache. Oha, also ein Mensch, das ist richtig gut für euch. Oh mein Gott. Also, es hängt auch von Wien. Weil nämlich, ich kriege hier den einen, ich kriege eine 337 und den einen als 1000 Zwierle fährt. Okay, ich habe keinen von München, sowieso fährt man nicht mit denen. Oh mein Gott. Ja, ich will die 4600 verkaufen. Das sind voll die Münchenhändler. Schmierig. Oh, ich habe noch einen Entschuldigung. Den aus Nummer 7 und umzuschwert. Ich kann vielleicht sehen, wie level die Hunde, dass sie dann mehr wert sind. Okay. Was ist so ein außergewöhnlich? Oh, so außergewöhnlich, dass es nur 100 fährt. Oder so die München mehr fährt. Ich meine, ganz, es geht auf die Level. Wir nehmen durch mein Mammut, den es 3000 fährt. Interessant. An der Profiler. Während schminken. Mit tollbaren, du. Chillen. Okay. Gut zu wissen. Hat die Trimaxe gebaut. Hm? Level siehst du in der Säle schon. Wow. Oh, hi. Hast du noch einen Teleporter? Das wäre interessant, den zu holen. Aber, ich gehe weiter um den Osten. Auf nach Osten. Das wäre interessant, wieso man in der Band nicht spielen konnte. Obwohl, viele davon hingen. Weil mir eigentlich alles richtig gemacht hat. Bizarre. Stimmt. Stimmt, ich muss nur noch EDA fanken. Und so ist es gestöbeln. Wir werden uns auch gestöbeln. Das ist super. Ah, fies ist schon, aber ich kann nicht mehr... Bläh, ist ja alle gut im Fuldo hin und hier. Bläh, ist ja alle gut im Fuldo hin und hier. Halt oder ich weiß. Das ist wirklich ein Punkt. Das ist klar, ich Ihnen schon mal wieder. Allerdings. Hier wird es so gut. Und hier ist es schön. Das Moran... Es geht an. Das wird so gut. Da ist echt nicht viel. Okay. Scheiße. Ich habe das Gefühl, ich werde meine Mannagefamwerk durch. De consequence, ich habe meine Mannagefamwerk. Mein geh, ich bin ein Brütt. Ich wollte Pädoyer fangen. So probieren mit Mammut von einer anderen Seite. Das geht nicht und wird schief. Ich habe schon gesehen. Ich wusste nicht. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Aber ein Stückchen. Ulla, doch. Wenn es 2 zu 3 ist. Oh, sie gehen zu Pädoyer. Ja, natürlich können sie dann. Ja, die musst du lehnen von der Gefangke, oder? Ja, die musst du lehnen von der Gefangke, oder? Aber mit E-Krit dann, oder? Wie ist das gut? Ich habe sie nicht gesehen, oder? Ich habe sie nicht gesehen. Ich schau mal, ich schieße permanent. Ich kann doch nicht da sein. Boah! Gäu e Ball, Gäu e Ball, es ist bald tot. Gäu e Ball! Der Brand, der Brand, der Brand! Ich meine, sie bringen den um. Ja, sie haben den umgerutscht. Nee, du hast ihn gefahren. Moment. Das war nicht den Schwein, Max. Nee, nimm den E-Kritten. Okay. Den in den Ball wirft. Du weißt ja schon nicht. Ich habe da zwei Stunden. Dann müssen wir Minerin organisieren. Oh, du hast die Lama da. Wo steht die Lama da drin? Die Alpaca. Die will ich gerne fangen. Den Decken. Ja. Von den Decken. Du musst auch noch in Kalansch gehen. Ich will den auch noch fangen. Oh, ich kann die Södel machen. Kann ich überhaupt um Altsch reiten? Ich weiß es, um Hirsch. Ja, um Hirsch kannst du reiten. Ich weiß nicht, ob ich eine Söde gebaut habe. Ich weiß nicht ob ich eine Söde gebaut habe. Ich meine mal für den Full. Der Nightwing. sie sind für die gebaute bei denen ist und alles oder wenn er rege tippt hat weil du den von die kieferst Das sind die fucking Vespen, die explodieren. Jetzt haben wir speuernd Klafenbröt. Das sind so dick die Viehs, man. Du kannst es durch Basis durch Transporteiren, die verschütteln. Dann hätte ich mir Tollbarer gemacht. Okay. 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 Ich habe den E-Boss nicht gemacht, den Elektro, den Substanus. Wir machen das, dass sie nicht fertig sind. Was? Biggerde. Ah, die hab ich nicht gesehen. Die waren zu stark, wenn sie nicht anstecken. Das ist der Bus. Oh ne, das rum sie will. Ich lebe die Fucht. Das ist wieder wir Falschling. Ja. Oh, fah. Da hab ich denn auch schon. Oh, was willst du fuchtisch? Was? Entschuldigung. Oh, ich stehe auch noch. Ich stehe einfach mal nur ein Stopp um den X, Mann. Oh. Oh, ich stehe. Ich bin hier. Come on, bleib dran. Oh, ich stehe. Bleib dran. Ich hab Erfahrungspunkte. Zack. Egal, ich schick noch Dingens rum. Was regelt. Ich hab's nicht. Jetzt hat sie für 7 Stunden nur gefragt. Dann sah ich schon Level 15, 16. Komm, bleib dran. Da steig gleich. Ich hab so eine Menge Maus und meine Controller drauf. Nein, ich hab's nicht mal gezeigt. Du freutest, du hast ja alle. Da, siehst du wieder. Keine Zinni. Come on. Man, mach'n wir dich nicht. Ich will dich nicht bringen. Ich werd' dich nicht umbringen. Ich will dich schwanken. Ich will mich fahrschen. Das ist ja schaust für 5,000. Aber das ist ja echt gut. Ja! Boah, Papa, ich spreng mich gleich um. Uh, du hast Ramp-DP, du Bär. Komm, das geht vorbei, um dich zu fanken. Ich schieß in dem Fall da in den Arsch. Oh, du bist fertig. Oh, du bist fertig. Okay, Melun-Jull ist da drin. Ich bin zu den Arsch, sag mal. Lauf nicht vor, Pädo. Okay, dann höre ich mich in den Dickeball-Fetisch. Faaack. Komm. Willst du mich verarschen? Bleib dran! Komm! Ich habe noch was zu spielen. Also, ich bleibe noch am Dickeball-Fetisch. Ich habe noch nichts mehr. Komm. Yes! Melun-Jull, komm. Mosanda! Das ist der Turn. Kann ich dir nur gucken. Try, Max, nur gucken. Ich muss unbedingt mehr von dir eine gillende Bölle machen. Ich muss lachen, weil die schwarzen. Heuernke von uns klebt. Und Heuernke von uns klebt. Heuernke von uns klebt. Du hast den nächsten Turm. Ich war mal so zum Goldblick. Hier kein Ball. Was stehn' dann? Na ja, zerschießt ihr. Ich steh nur, guck. Zerschießt ihr. Du schlucht wie Schissenswert. Du schlucht wie eine Schwerze von uns. Du schlucht wie eine Schwerze von uns. Du schlucht wie eine Schwerze von uns, aber nicht wohin. Du schlucht wie eine Schwerze von uns, aber nicht wohin oder wo. Ich komme mit den Zahn, aber muss das sein. Warte, wie viel E-Zigaretten hast du bei mir? Soll ich da rumhauen? Nee, soll ich da rumhauen. Das ist immer schön. Und soll ich da rumhauen. Soll ich da rumhauen? Oh, du hast ein Safepoint. Die gehen wir an. Ich bin wegen deren Doktorstof, wir haben 10 Minuten online. Was? Ja, weil ich den Dingen nassier kein Sekretärin. Aber du hältst von dir wohl bei ihr und fang lieber Messenger. Okay. Nö. Oh, ja. Wenn du so mal einfach durchkommst von Töne, dann hast du Glickspilz. Und ich schreibe... Willst du schreibe mir auch keinen anderen drehen? Dann hörst du... Und ich gesehen, dass es dem der ja nicht gut geht. Du hast mir ja korrekt. Ist ja, komm mal. Bleib dran, bleib dran. Ah, ich wollte es ja nicht verschwenden, was liefst. Ich weiß es aber, wenn ich einen Film kriege, ich mache mich für die Luft. Ah, das ist ein Tordel. Ist das ein Arf? Ja. Ich habe einen Panzer. Komm schon. Easy. Das Problem ist, beim TriMax, hier bauen wir nicht mehr Megasphären. Aber kein Blut. Die normalen. Und hier bauen wir noch einen Pinguin mit Megasphären. Was ist der Fock von uns? Der Schöner Fock? Der Schöner Fock. 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 Äh, so ungefähr. Nein, sie gehen nicht. Nein. Ja, sie greifen unerfalls. Die anderen greifen mich gleich. Hol mal eine Bier. Soll ich das fixieren. Oh mein Gott, Papu. Du kannst ihn nicht wegmachen. Was machst du? Da hat er erschöner. Er hat doch Luke gekämpft, wens ich ist. Wie das ist. Das soll ich ganz schnell kommen. Ich weiß nicht, wie ich das kriege, ich weiß nicht, wie ich das kriege. Ich brauche doch nichts zu machen, guck doch das loon. Ich weiß nicht, ich muss mal den noch zu schütteln, stehst du es da mit bei? Wieso könnte Pädobäbber mich? Aua! Was mich mal dran? Der Kampf könnte dann auch noch Pädobäbber. Guck wie du so pervers von der Hunde guckst, Mann. Die will deinen Arsch so an, Mann. So facken, Knabe, wie viel zu amuch? Wieso muss ich mit München her losgehen? Schön, dass ich schon eh wohl Gefangen kriege. Okay. Jetzt noch ein Problem, weil hier mir schlecht geschwört. Oh ja. Wir sehen, das ist wie bei Call of Duty, ne? Wir wollen uns hier eine gute Lut. Feiler gelöst. Hi. Äh. Feiler. Armoni. Hä? Das ist ein Kollege. Schöpfchen. Annen, auf Dr. Pädobäbber. Pädobäbber, caromu ... Ich muss heute Bier schrubkommen, weil ich muss bei der nächste Brust. Geht das durch? Boah, das sind dummer Koordinaten. 115, 315. Da ist sie so, hä? Wir haben uns gecheckt, das ist in der Links Koordinaten. Da ist es. Ich meine hier nicht die nächste Brust, ich habe nicht gemacht. Entschuldigung. Ich bin egal, wer. Ich gucke die nächste Brust auf später. Oder geht denn hier? Da geht ein komplett anderer Brust. Wie fühlen Sie sich? Sie gehen direkt bei der Vulkan-Bus. Nein. Ich meine wirklich. Oh, nicht scheiß. Der Vulkan-Bus. Der Vulkan-Bus. Das ist der stärkste. Genau so ein roter Geys. Ich kann ja nicht mehr so ein roter Geys. Wie ist mit dem Kratzen-Bus. Das ist ein roter Geys. Das ist der größte 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 Geys. Okay, da ist die komische Schlange. So, ich muss halt hier schon treten Bier schon kommen. Machen wir eine kleine Ausdauer. So. Come on, come on, come on. Ja, das ist doch geil. Oh, ne, nicht schon rum, direkt die... Beulen. Weil die explodieren. Sie sind wie Tucko im Tucko holen. So, ich muss los. Heidebierschrug kommen. Ich muss gucken, wo Heidebierschrug kommen. Ich muss gucken, wo Heidebierschrug kommen. Schmecken Heidebierschrug. Schmecken Heidebierschrug. Hier. Oh, hei. Schmecken Heidebierschrug. Ich muss sagen, ob er das bis mir einfach... ... 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 Die sind noch bei Assassins. Eine Kirche kannst du nicht mehr davon nennen. Zahlt einfach 26 Punkte, wenn du benutzt sie nur. Du hast zwar nur am Rud, du hast nur beim Eisvogel. Oha, Schneere mit dem Turm. Sind noch 250 Meter. Und den Dingen hast du nur bei Sphäre des Eisvogels. Pan-King, Pan-King. Den ist Level 15. Oh, scheiß Alfred, ich muss mein Eisvogel. Ich bin eingepunnt, nicht anders schon direkt da. Nope. Ich will dich nicht mehr. Pana, heute. Ja, weil sein Nightwing heute in dem Bus tot gemacht wird. Hehehe. Oh, das ist meine Klängen. Der Schild. Okay. So, dann sind wir heute beim Turm willkommen. Komm, dein Liebchen. So, dann gehen wir mal rein. Oh, das ist ein Spock in dem Bus. Wer ist ein Spock in dem Bus? Ich habe nicht gesehen. Es steht kein Level, du. Ah, oh fuck ja. Komm, da gehen wir mal rein. Du, ich weiß, du bist kein Blut und ich... Voll... Volles Risiko. Du weißt, du hast gesehen immer bis zu mir spät. Darum nehmen wir Fragen damit. Ich sag mal nur Eis aus. Ah, nee. Blatt. Oh, Blatt. Der im Blatt hatte. Oh, oh. Oh, voll schön. Knappisch. Trimax ist der Kroosan. Du hättest eh geschrieben, Trimax mega fette Mitläufer. Er lebt. Er spielt immer, weil die auch noch spielen. Ja. Also 10. Hier wird ein echten deutsche Streamer gewählt, die für einen engen Jäufer hat, wird ein Späler reagiert werden. Ja. Woah. So stark. Oh, das ist der ist anseelisch. Oh, pf... Er hat keine Pflanze in der ersten Hurt im Bespüren. Oh, der ist noch zu lang genug gemacht. Ja. Woah, nee. Lass mal nicht nur. Woah. Oh, das ist einfach schon. Oh, das ist einfach schon ausgerechnet. Oh, das ist einfach schon ausgerechnet. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das ist praktisch, wenn es sehr brutalisiert geht. Ich will unsere Kugel verlieren. Ich will die Kugel verlieren. Gott sei Dank, wenn ich auch die Kugel verlieren will. Weil sonst ist es mega Probleme. Schau mal, ich will auch noch gut verlieren. Ich muss aber nicht aufpassen, weil wir sind direkt weg. Oh, die fahren eigentlich nicht nur an. Was ist denn da? Ja. Weil du gemobbt hast. Nein, du musst nachher sagen, du musst nachher kommen. Wie fahrt du jetzt? Das blieb ich ja nicht, dass du hier bist. Weil du bei seinem Alter wohnt und meinst, weil er seine Wohnung repariert wird, für seinen Wasser schuld. Also du musst nur hier fahren. Mann, ich muss ihn noch treffen. Und ich muss ihn noch reinigen. Falsch? Soll ich schmutter, was geht? Falsch? Ob das Schäße nicht. Ich habe ihn noch mit einem 13 Schuss. Oh, der ist geil. 310. Äh, wey! Also... was? Zu wey. Du. Oh, der muss gehen. Es gibt nicht richtig viel Damage in ihm. Verpiss dich mit dem scheiß Problem. Was muss man drauf? Was ist das? Was ist das? Ich will auch gleich Bier rein. Oh, da habe ich kein Bier rein. Das ist nicht mehr drin. Das ist nicht mehr drin. Hier ist der Weg. Ich gucke noch, ob ich noch hier sind. Ja, ich hoffe, ja. Hey, komm. Da. Hey, 480. Ich weiß nicht, ob das ein Treffer war. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich gehe durch die Seile. Die scheiß Bluse. Ich weiß nicht. 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 Ja, ich weiß nicht. Das ist der Weg. Und jetzt ist jetzt noch gefeckt. Ja. Fuck. Es ist kein Teleporter. Es ist... Ah, mein Gott. Oh mein Gott, ich sollte noch einen Johnny telefonieren. Puta, ich hoffe, das ist ein schöner Motor. Ich fahre dann gleich im Stuhl. So und direkt aus Amerika sieben Stunden führen also. So. Oh, streng. Oh. Hm, ich will mal... Ehe von Ersch. Wieso kann ich kein Ehe holen? Hä? Ja, das wird geht nicht schwirren. Ah, der E-Pass spielt da seit 13 Stunden Pole wohl. Hä? Nein. Oh, ich kann das ganze Bier schon rumklettern. Äh. Ja, fuck, der ganze Loot-Light hier, du. Ja. Mega nervisch. Ja, ich muss hier schon verregte Weg für Rupp von der Lu. Ich habe schon gar keine Ausrüstung. Was ist hier in 26? Ich dachte mir, ich habe ja keine Ausrüstung gemacht. Ich dachte mir, dass du dauerst ja vielkollegang auf. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 15. 15. 16. 16. 16. 17. Mega viel legendärer Schosse, Busse, Panking, Mommut, die Katz, du, manchmal wusste du viel drüber was. Ich bin der Foodlover, mega gut bei der Stangen. Du Foodlover. Ja, du Foodlover. Ich will, dass ein Mommut wird einfach umgreift, sein Du, sein Dingern. Mommut, gehend Mommut. Warum attackt er uns, what the fuck? Was soll man sagen? Ich geh mit drei Spitzens ins Bett von hinten an. Du gibst das mal. Was soll man sagen? Ich geh mit drei Spitzens ins Bett von hinten an. Du gibst das mal. Wenn wir das können, das GET mir offen ist. Das看看, was mir auch Faro geschieht. Guck I, den's auch 노re. Ich glaube hier. Ah, Mann ey. Stimmt, das ist schon ein Blitz. Boah, das geht nicht so gut. Ich war nicht um genug. Ich muss nicht schnell um mein Loot kommen. Weil das eigentlich Schnee geht. Ich habe keine Klede. Ich habe keine Klede. Ich habe noch so viel Kraft gegeben für seine Mammut. Mammut, du zeigst, du hast ihn geholt. Ja. Oh, das sind Dinge sind da. Du musst da raus, weil du vom Loot. Das meine ich Pechstum gehabt. Das geht nicht. Das geht nicht. Wenn ich mich wegfinde. Oh, jeh, das ist schon wieder frei. Ich kann nicht schlafen, du kannst fixieren. Oh nein. Oh, ich muss die Krepare. Ja. So, muss man eigentlich durch und dann muss ich schlafen. Ich hoffe, ich fahre nicht, ob gehe ich schnau. Ich hoffe, du gehst in den Futje bis dahin. Oh, Papa schießt noch, ob du so packst. Du kannst nicht nur beim Reuten, nur beim Paul. Wann man, bringt etwas mal Feuer Paul zu rufen? Nein. Aber drückt Reute vielleicht. Ja, schon immer mein Eis, wo ich drückt Reute. Papa. Nein. Geht nicht dran. Wir lassen dein Loot mich noch. Äh, nicht viel gleich. Ich muss gucken, wie ich mein Loot kommentiert habe. Das ist mega scheiss. Ich muss das auch nicht machen. Ich muss von der, äh, von der anderen Seite. Oh, komm. Oh, komm. Natürlich. Ich muss hier überlaufen. Das ist ein Schminu. Oh, ja. Das ist ja. Nein. Das habe ich nicht gesehen. Ich muss mich verarschen. Ich muss mich verarschen. Ich muss mich verarschen. Ich muss mich verarschen. Schau. Ich muss mich verarschen. Äh, jetzt ist die Guff schon rumgesehen. Äh, da sind doch schon Rimm. So, genau, höchstisch. So, genau, höchstisch. So, genau, höchstisch. So, genau, höchstisch. So, höchstisch. So, wenn ich von H.A.R.S. rumkomme, höchstisch. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr hoffen, dass es Wasser drin in Davos ist. Oh Gott, Babo. Oh. Oh Gott, bitte. Oh Gott, bitte. Oh Gott, bitte. Oh Gott, bitte. So, das ist gut. Oh Gott, oh Gott. Das ist eine misslöschliche Situation, wenn ich mich bisher noch nicht fertig bin und das Spiel bin. Naa... Ich bin davon... Ich sehe sie schon nochmal... Weg der... Ihr könnt einfach erst im Nichts so schuss... Oh, oh, oh. Das tut mir jetzt schwer. Komm mal, Luzi, komm. Ah, Gott, Mutter. Oh, so schön. Hattest du dir einen Teleporter direkt gesehen, dass du nach ihr wär? Dann hattest du dir das Problem wohl nicht. Warte, was ist denn? Ach, dann gucken wir mal. Schnellreise. 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 Ja. Schnellreise. Oh, mein Gott. Schnellreise. 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 Oh, was denn! Ich muss dann aber eine ganz andere Welt laufen. Ich muss dann auch die Welt laufen. So, ich schmeckt ihn heute wieder, ist ein bisschen nicht safe. So, ich schaue ihn. Oh neee! Was ist der Witz? Laufbappen flüchtet. Die kommen nicht drauf. Daaa! Was sagst du, dass sie kommen nicht drauf? Waaat! Oh warte, was ist 3 hier, warte? Waaat! 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 Oh, wie sehen Sie? Ich denke, es ist eine gute Chance. Weil, wenn ich hierher komme, ist eine Strecke beim Turm. Ja. Von einem Schluck Hank-Base muss ich schon kreieren. Das ist eh schon für einen Top-Modulationer. Was ist das schlimm von Ihnen? Eigentlich gibt es noch keinen Trink in dem Spiel für den Lirwin. Ja, das ist total falsch. Ich muss das probieren. Was ist das? Ja. 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 Ja, die muss wohl in die Richtung. Ah, und du gehst noch nicht, das ist ganz schlecht. Und du gehst noch nicht, du gehst noch nicht. Ich bin noch immer dick dran. Geht es noch nicht mehr darum, den Loot zu finden oder geht es auch darum, dass du nur noch den Dängen musst? Nein, vergiss, ich mache nicht mehr noch, ich will nicht mehr noch mein Loot und gehen dann fahren, denn ich muss dick früher im Upp ziehen. Das Problem warst du mit Gott selbst, gehst du kurz durch. Du. Ach so, Paul wird spät. Ja, ich weiß, du hast Hunger. So. Ich muss den Sturm abholen. Sooo... Messe ist aber gleich Uhr, wenn du kommst. ok wer verhängt er dann, hat er gehalte waaat ist er noch nicht um hab ich muss halt übersprungen fahrradangfranze ausmogu ... 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 Krönischlauch ein bisschen lieber bei. Entweder muss ich heu über den Bier. Das sieht man natürlich so nass. Das ist gut zu essen, bei mir nicht. Ich bin so groß am Gang mit der Matzefei. Ich bin so großartig, weil es nicht so groß ist. Da war ich gelieb und ich war mir stolz. Das kommt immer aus. Ich muss irgendwo heu ein Unglangen von auf Europa. Heu Reu, geht es schwer. Manchmal sitzt man noch immer dran. Das muss man total probieren. Ich gehe mit dem Joni ein bisschen telefonieren. Kein Problem. Ich gucke da aber nur. Ich gucke da nur. Ich gucke da nur, ich fahre wirklich. Ich gucke da nur. Ich gucke da nur, ich fahre wirklich. Ich gucke da nur, ich gucke da nur. Ah, fuck! Ich komme halt nicht so runter. Wie komme ich? Du Hinder. Papa, Mama, Stolz. Hä? Wo warst du denn nicht gestürben, du? Hä? Ich hab auch nicht gesehen. Wo warst du denn nicht gestürben? Das ist kein Sinn. Ich muss jetzt zurück an Basis. Ich muss jetzt noch ein Rüstung an meiner Basis. Normalerweise bin ich noch ein Rüstung an meiner Basis. Vielleicht nur noch zwei Stunden. Ich muss jetzt mal schlafen. Ich geh rüber bei hier, ne? Ja, ich geh schlafen. Okay. 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 Ich weiß nicht, wie kommt denn eine Truppe? Wieso kommt denn eine Truppe? Ich hoffe... Das war's für heute. 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 Okay, that one gives it gun scooters. Oh Mann. 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 Das war's für heute. Okay. Wo geht es? Okay. Wo geht es? Okay. 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 Das war's. Oh, okay. Man, lass doch mal alles dir schon gehen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann kann ich noch ein Upgrade machen. Das ist mir gut. Das ist mir gut. Okay. 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 Ich glaube, sie hat kein Talente. Frostmeister. Ich wäre froh, wenn er schon mehr für die Medizin hat. Ich wäre mal nicht schlecht. Ich brauche eh für die Elektrizität noch. So, der Tee stimmt. Ich muss noch zwei Batterien bauen. Okay, noch ein bisschen. Ah, da brauche ich noch eh Stoff. So, da brauche ich auch rein. So, da brauche ich noch. So, da haben wir zwölf Butter. Wie kann noch Netzen eigentlich von hinten? Oh, du kannst Medizin, das ist eigentlich mehr wichtig. Weil den anderen kann auch Netzen, der Penguin. Gut, machen wir es so. Ähm, ich kann. Nächsten Upgrade. Bau Generator. Anbauer Puls wäre Fließband. Okay. Okay. Ich kann nur noch etwas in. Ähm. Ich muss mir noch ein Bett fallen. Wie schnell kann Hotfans nicht schaffen? Wtf. Wtf. So, das ist auch schon gut im Geil. Wtf. 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 Zurück. Oldschool ohne Schuhe gemacht. Ist noch weiter gegangen. Okay. Ich mein, eigentlich sagst du nicht. Zwar noch alles, ehe ich schlufe gehen. Ne, ich wollte dich nicht triggern. Ich hab's nicht gut erwischt. So. Das Mod hat ein K.O.s. Abschneiden sich. Führe noch die Leiden. Dritte Blatt. Werung auf die Leiden. Na, man würde ihn nicht schnauern. Richtig, das ist gut. Die Leiden, die Leiden. Kieren hier. Kieren jetzt. Ich habe nur gewohnt. Das war's für heute. 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 Okay. 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 Okay.